So Freunde, bevor es losgeht, habe ich natürlich zwei Schnapper für euch. Zum einen kann ich euch unser Garnicus Original Immun Bundle, bestehend aus Zinkstack und Vitamin C, ans Herz legen. Das bekommt ihr mit dem Code PODCAST5 nochmal etwas günstiger, nämlich für 23,65 Euro statt des regulären Preises von 24,90 Euro bzw. statt des UVPs von 29,80 Euro. Zum anderen gibt es bei muscle24 aktuell Rabatt auf die GASP Classic Collection, bestehend aus Original T und NO1 Mesh Shorts. Dafür bezahlt ihr mit dem Code PODCAST10 statt 79,80 Euro jetzt nur 53,88 Euro. Also schlagt zu und gönnt euch reichlich. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Podcast mit Tetzel von der Halbgottschmiede. Dann guten Abend bzw. guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts, heute mit dem guten Tetzel von der Halbgottschmiede, einem der zumindest im Jahr 2019 stärksten Männer Deutschlands, der uns wahrscheinlich gerade im Zusammenhang mit dem Strongman Sport sicher den einen oder anderen Input geben kann. Tetzel, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnicus Podcast. Ja, hallo und danke fürs Interesse auf jeden Fall, freut mich natürlich sehr und dann werden wir mal schauen, was wir hier so für eine Themenlandschaft abgrasen können bei den Garnicus-Followern und Fans, alle Fitness- und Bodybuilding-Fans, vielleicht auch Kraftsportbegeisterte. Ja, du weißt noch gar nicht, über was wir reden. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass der Strongman-Sport nicht mein Steckenpferd ist und demnach habe ich mich auch in den letzten Jahren nur nebensächlich mit deiner Person beschäftigt, was aber gar nicht so schlecht ist, weil ich kann dich jetzt mit vielen anderen hier ein ganzes Stück näher kennenlernen. Ja, genau. Dann gucken wir mal. Aus diesem Grund des Besser-Kennenlernens habe ich zwei Fragen zu Beginn, die mich auf jeden Fall interessieren würden und zwar, wie und wann ist eigentlich der Name Tetzel entstanden? Man sagt es mittlerweile so locker daher, aber ich zum Beispiel weiß nicht, wo das überhaupt herkommt. Ja, das ist tatsächlich doch eine relativ interessante Geschichte vielleicht für den einen oder anderen. Also Tetzel hat ja überhaupt nichts mit meinem wirklichen Namen zu tun, also für alle, die das vielleicht noch nicht mitgekommen haben. Ich heiße eigentlich Tim, hallo. Ich bin übrigens fast 34 Jahre alt und mache jetzt seit knapp neun Jahren Kraftsport, genau. Und der Name Tetzel hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Und zwar habe ich als junger, ja, Student, als junger Musiker, also ich habe ja relativ früh in meiner Studentenzeit angefangen, Musik zu machen, beziehungsweise auch Radio moderiert, acht Jahre lang, von 2005 an. Und habe damals so gedacht, ja, was sind so eigentlich die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich beschäftige mich viel mit Religion, mit Kirche, mit der katholischen Kirche auch sehr viel. Und da fand ich die Person des Johann Tetzel, ein Ablasskrämer, ganz spannend. Denn der hat im Prinzip mit seinem Ablasshandel und der marktschreierischen Anpreisung desselben für das größte Schisma der Christenheit, zumindest in Mitteleuropa, gesorgt. Weil Luther daraufhin ja seine theologische Auseinandersetzung hatte, die 96 Thesen angeschlagen hat in Weimar. Und im Prinzip ist das so ein bisschen selbstironisch, weil ich natürlich sehr religionskritisch eingestellt bin, aber gleichzeitig mich nach einem Mönch benannt habe, der im Prinzip ja zur Glaubensspaltung geführt hat. Also ich bin sozusagen der Finger in der Wunde der Christenheit. Okay. Hast du das schon mal jemals irgendwann erzählt? Ich glaube im Fitness- und Kraftsport-Kontext noch nie, nee. Ja, interessant. Dann wissen die Leute jetzt erstmal, wo das herkommt. Ich dachte jetzt, vielleicht bin ich da voll auf dem falschen Dampfer und hätte das irgendwie in der Vergangenheit mal nicht mitbekommen, was ja durchaus sein kann. Aber wenn das noch nie jemand gesagt bekommen hat, dann habt ihr jetzt mal die Erklärung für den Namen. Also im Endeffekt ist das so ein bisschen aus der, sagen wir mal, jugendlicheren Sturm- und Drangzeit. Heute bin ich halt einfach Tetzel und das ist so ein Name, der ist hängen geblieben und ja, damit assoziiert man mich halt. Passt. Du hast auch ein Faible für nordische Mythologie, oder? Kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also ich habe mich damit natürlich sehr viel auseinandergesetzt. Ich habe ja auch eine Band, die Musik in der Richtung macht, so genannten Viking Metal, könnte man sagen. Auch natürlich mit God's Rage, mit meinem Sponsor sind wir ja da sehr mit verknüpft und verbandelt. Und ja, das ist einfach eine Sache, die in gewissen Parabeln und in gewissen Geschichten und Fabeln ja sehr lehrreich ist und darum einfach immer wieder so ein bisschen auch dieses Streben nach persönlicher Verbesserung und der eigenen Fehlbarkeit aufzeigt. Und es passt sehr, sehr gut eigentlich zum Sport. Wo kam das her? Wann hat das angefangen? Das hat tatsächlich die ersten größeren Kontaktpunkte, damit hatte ich tatsächlich auch mit der Musik. Also nicht durch die eigene Musik, sondern entsprechend durch andere, die das musikalisch aufbereitet haben. Und dann hat man so bestimmte Musik total toll gefunden, dann hat man sich mal mit den Texten beschäftigt, hat sich gesagt, Mensch, das klingt ja total spannend. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, das war so, als ich 16, 17 war. Also jetzt nicht so furchtbar jung. Ich habe sogar als 13, 14-Jähriger hatte ich, glaube ich, noch keinen Musikgeschmack. Das hat sich dann so ein bisschen entwickelt und wurde etwas rockiger. Und irgendwann dann, als man beim Metal gelandet war, hat man dann da, gibt es sehr, sehr viele Bands, die so in der Richtung Inhalte haben. Okay. Wenn wir jetzt mal von der Gegenwart in die Vergangenheit gehen würden. Du gehörst heute auf jeden Fall, würde ich mal sagen, so zur Deutschlands Kraftelite. Aber das war ja nicht immer so. Nimm uns mal vielleicht in deine Kindheit und frühe sowie späte Jugend mit. Wo bist du aufgewachsen? Welche Schulen hast du besucht? Und was hast du nach deinem Schulabschluss gemacht? Du hast vorher schon so ein bisschen den geschichtlichen Eindruck erweckt bei mir. Ja, ja, tatsächlich. Also ich komme aus dem wunderschönen Sachsen-Anhalt, aus der Nähe von Magdeburg tatsächlich. Magdeburg, für alle, die jetzt aus dem Osten zuhören und sagen, wie spricht denn der Tetzel? Ich bin ja mittlerweile schon viele, viele Jahre in der Nähe von Göttingen. Hier spricht man ja sehr hochdeutsch. Also, und ja, ich habe ganz normale Grundschule besucht, bin dann aufs Gymnasium, beziehungsweise habe noch damals gab es diese Orientierungsstufe zweier Realschule und dann in der siebten Klasse aufs Gymnasium. Sportlich war ich in der Jugend durchaus sehr so typische Mannschaftssport-Sachen. Ich war mit circa zwölf Jahren, würde ich sagen, ich weiß, kannst du nicht mehr hundertprozentig benennen, war ich Renn-Kajak-Fahrer. Das war so das Erste, wo ich ein bisschen intensiver Sport gemacht habe, später viel Basketball, Streetball und dann aber Richtung Abitur tatsächlich immer, immer weniger. Und bin dann in Göttingen zum Studium gegangen, tatsächlich Geschichte und Englisch auf Gymnasiallehramt damals. Und bin dann auch ziemlich fett geworden. Also, ich war schon immer ein kräftiger Junge. Das war tatsächlich so, also ich bin tatsächlich 2004 ausgemustert worden, weil ich mit 112 Kilo auf 1,91 dem Bund zu schwer war. Weil ich damit T3 bekommen hätte wahrscheinlich und als Gymnasiast-Abiturient haben sie nur T1 und T2 gezogen, schon zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, 2008 wurde ja dann die Wehrpflicht abgeschafft oder 10. Das kann sein, sowas in die Richtung auf jeden Fall. Genau. Und das war schon nicht mehr so, dass sie da unbedingt jeden haben wollten. Naja, jedenfalls wurde ich dann ausgemustert, bin dann gleich studieren gegangen. Und habe dann erstmal ein paar Jahre wirklich studiert, ein bisschen gearbeitet nebenbei, Gastronomie, so ein bisschen das Studentenleben auch genossen. Habe dann gar nichts mehr gemacht. Und dann hat es mich 2011, nachdem ein guter Freund von mir, das ist jetzt eine Geschichte, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, also wer das jetzt kennt, hat mich dann so der Eisenkäfer gebissen. Der hat mich ein paar Mal gefragt, kommst du mit zum Sport? Ich dachte so, ja, der will halt irgendwie mal Sport machen. Ich habe das nicht so als Regelmäßigkeit gesehen. Und der hat mich aber immer wieder gefragt. Dann dachte ich, naja, dann mache ich das mal. Und dann war es so ein bisschen Liebe auf den ersten Pump. Okay, aber man kann schon sagen, du warst eigentlich ein sehr sportlicher junger Mann, ein sportliches Kind und bist dann im Zuge deines Studiums eher dick geworden. Weil dann der Sport keine große Rolle mehr gespielt hat, du viel Müll gegessen hast. Wie war das damals? Also definitiv, als Kind und Jugendlicher habe ich schon Sport gemacht, so typischerweise, war auch viel unterwegs. Dann irgendwann kam so die Hardcore-Zocker-Zeit auch so ein bisschen. Das hat sich tatsächlich auch noch durchs Studium ziemlich gezogen. Und da war man natürlich dann sehr frei darin, was man wie wann macht. Und ja, Müll gegessen kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß noch, meine erste Wohnung, meine erste eigene Wohnung war ein 17 Quadratmeter Apartment mit so einer Kochnische, im Prinzip so einem Wohnklo. Und da hatte ich nur so einen Mini-Ofen und da kamen diese Pizza-Baguettes gerade so gut reingepasst. Und dann habe ich mich quasi von diesen, die kosten ja auch nicht viel, habe ich mich von diesen Dingern ernährt. Das weiß ich noch. Also davon habe ich bestimmt jeden Tag zwölf Stücke fressen und immer schön Brause gesoffen. Ja, immer schön Zucker, Brause. Und dann bin ich damals, also es war jetzt auch nicht so, dass man schwer war. Also ich war ja schon schwer und groß, aber ich bin dann von diesen 112, 115 Kilo relativ schnell auf 127. Also schnell über fünf Jahre, also immer so im Jahr zwei Kilo dazu. Aber das zwei, drei Kilo und dann reicht das ja schon. Und ja, dann kam ja der Punkt, wo ich dachte, nee, jetzt falle ich hier fast rückwärts von der Waage. Okay. Wie sah so ein typischer Tag bei dir aus als Zockerkind in den Sommerferien? Ich stelle mir das gerade so vor draußen, das ist so warm, alle gehen raus. Du hast irgendwie World of Warcraft für dich entdeckt und hast irgendwie gar keinen Bock mehr. Ich bin ja alt, das war vor World of Warcraft. Also ich habe ja Abitur, habe ich ja 2005 gemacht. World of Warcraft kam 2004 raus. Tatsächlich war bei mir die schlimmste Phase zu Schulzeiten eher so in der 11. Klasse, also 2003, 2002, 2003. Und da habe ich vor allen Dingen Unreal Tournament gespielt. Nein, ich war nicht das grausame Unreal Tournament Kid, aber ich war damals sozusagen, ja, heute wäre ich Pro-Gamer sozusagen. Heute noch könnte, wäre ich bei Twitch groß. Heute bin ich alt und langsam. Nee, aber das war so die Phase, wie sah ein typischer Tag aus? Naja, was macht man als Student? Man schläft so lange, wie man kann, darf, so je nachdem, was die Vorlesungen hergeben. Geht in die Uni, geht in die Mensa, geht nach Hause, macht da sein Ding. Also es war halt viel Freizeitgestaltung, die sich dann darum drehte. Natürlich hat man auch was unternommen, aber auch als junger Student immer mal natürlich Alkohol getrunken. Macht ja auch wieder was aus, wissen wir alle, Gramm Alkohol, sieben Kalorien, Freunde, wo über die Leber abgebaut werden. Ja, und so kommt das dann schleichend. Ich habe dann auch in der Gastronomie gearbeitet, also dann kommt das auch noch dazu. Immer nachts lange gearbeitet. Ja, also ich kann jetzt keinen so ganz, ganz klar klassischen Tag benennen, aber so ungefähr sah das aus. Nö, das reicht schon. Ich glaube, ganz viele Studiogänger fangen auch mit dem Kraftsport an, weil sie optisch irgendwas verändern wollen und auch den Eindruck beim weiblichen Geschlecht vielleicht etwas aufbessern möchten. Hat sowas bei dir auch eine Rolle gespielt oder ging es dir primär mal nur um dich, als du mit dem Eisensport begonnen hast? Also tatsächlich war ich schon immer ein relativ extrovertierter und auch ein durchaus selbstbewusster Typ. Also ich hatte jetzt eigentlich nie das Problem, auch meine Frau kennenzulernen oder so. Ich hatte auch in meinem Leben immer lange Beziehungen, hatte immer eine Freundin und das war jetzt eigentlich nicht so ein großes Thema für mich. Das ging mir tatsächlich dann um mich selbst. Als ich dann angefangen habe mit dem Sport, habe ich ja in den ersten paar Tagen, also in den ersten zehn Tagen oder sieben Tagen, habe ich irgendwie drei Kilo verloren, natürlich Wasser. Aber man merkt ja sofort, boah krass, was ist da los? Und da habe ich noch gar nichts an der Ernährung geändert gehabt. Und dann bin ich einfach rangehen und habe gesagt, okay, wenn das so gut funktioniert, dieser Quatsch, dann will ich jetzt auch mal ein richtiges, da will ich mal definiert sein, will man ein Sixpack haben, will man gut aussehen. Für mich natürlich, dass die Menschen und vor allen Dingen auch natürlich die Frauen dann irgendwann anders darauf reagiert haben, das habe ich dann etwas später erst bemerkt. Das wurde einem, ich weiß nicht, du kennst das ja sicherlich selber, wenn man einfach so Diätphasen auch ist, dann denkt man ja gar nicht so daran. Also wenn man sozusagen, man ist so konzentriert auf eigentlich das Thema Essen, auf das Thema Bewegung, auf das, was man aus sich macht. In dieser ersten Zeit habe ich auch unendlich viel gelesen, habe wirklich sämtliche Artikel im Internet gelesen, habe, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, diskutiert mit den Leuten, bei Team Andro viel gelesen damals noch und mir die verquersten Diäten angeguckt und irgendwelche Theorien. Ich kann euch mal was sagen, wie ich das gemacht habe, meine allererste Diät quasi. Und da habe ich tatsächlich noch zweimal die Woche gecheatet, also wirklich so Cheat Days auch gemacht. Ja, kenne ich. Ich habe dann immer drei Tage lang Diät gemacht mit circa 2000 Kalorien, also auch ziemlich extrem schon für so einen großen, schweren Typen. Gut, ich hatte noch nicht das Maß an Muskulatur sicherlich. Dann bin ich einen Tag so ein bisschen ausgerastet und dann habe ich einen Tag mich nur von flüssiger, also flüssiger Nahrung quasi ernährt, also Quark, Joghurt. Und dann war das eigentlich immer schon so ausgeglichen am nächsten Tag wieder. Und so habe ich das... Gab es doch damals die Velocity-Diät oder irgend sowas in die Richtung, was irgendwie flüssige Nahrung war. Müsste ich jetzt aber lügen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das jemand kennt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hatte das bei irgendeinem YouTuber damals gesehen und dann... Der hat das aber über längere Zeit gemacht. Aber ich fand das immer so für einen Tag perfekt, weil dann hattest du wirklich schon wieder das im Prinzip ausgeglichen. Das war jetzt auch gar nicht niedrig kalorisch, aber einfach Quark mit Früchten gehäckselt, Wasser ran und das Zeug gesoffen. Und dann war das eigentlich immer schon wieder ziemlich gut. Kannst du dich denn noch daran erinnern, an deine Anfänge jetzt, wie viel Gewicht du am Anfang so auf der Stange hattest, beispielsweise beim Bankdrücken, Kreuzheben und in der Kniebeuge? Kreuzheben habe ich nicht am Anfang gemacht, weil ich da habe ich lange, lange gebraucht. Das ist ja heute immer noch die Übung, wo ich am meisten hinterher hinke. Das ist eine Sache, die kam erst später dazu. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich bei meinem allerersten Bankdrücktraining 60 Kilo auf Wiederholung gedrückt habe. Das ist schon krass, oder? Muss man schon sagen. Weil ich weiß noch, ich habe da noch mit der Stange hantiert und so meine Probleme gehabt. Naja, wie gesagt, ich meine, ich war mit 127 Kilo auf 1,90. Ich war ja trotzdem kräftig und kräftig auch jetzt nicht nur von rein Fett. Also ich war jetzt, ich meine, es gibt ja alte Fotos von mir, ich war jetzt halt schon Moppel so, fuck, definitiv. Ja, aber ich hatte halt auch durchaus schon ein bisschen Dampf damals. Und die Leute, ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, wann ich das erste Mal 100 Kilo gedrückt habe. Das hat nicht lange gedauert. Also ich war, definitiv bin ich nur stärker geworden bis ungefähr Dezember. Also ich habe am 1.8. angefangen, 2011. Bin innerhalb der Diät nur stärker geworden bis Dezember. Habe mir dann dadurch, dass das so schnell ging, direkt meine Sehnschalenentzündung hier in der Daumenstrecksehne geholt. Okay. Eine kleine Narbe, das wurde dann operiert. Ah, okay. Weil der passive Bewegungsapparat halt nicht ganz so schnell hinterher kam. Ich weiß, dass ich in der Zeit schon mit 35 Kilo Kurzhanteln, Sitz und Schulterdrücken auf ganz normal meine Sätze gemacht habe. Also das war für einen absoluten Anfänger schon stark, würde ich jetzt sagen. Und Kniebeugen liefen gut, allerdings definitiv noch nicht technisch ausgereift. Aber ich meine, bei den Grundübungen arbeitet man im Prinzip ein Leben lang an jeder kleinen Verbesserung und kleinen Cue. Das ging auch relativ gut los. Das kann ich dir aber nicht mehr sagen. Also definitiv auch mit 20ern pro Seite angefangen. Aber dann über den ersten Zeitraum, weiß ich nicht. Müsste ich mal nachgucken. Also ich habe auf jeden Fall 2015, 14, also drei Jahre, drei, vielleicht dreieinhalb Jahre im Training. Habe ich auf jeden Fall schon 2020 gebeugt. Okay. Das weiß ich noch. Was sind so heute bis jetzt deine Kraft-Bestleistungen in den Big Free? Und vielleicht nehmen wir mal noch das Überkopfdrücken mit rein. Das ist ja auch im Strongman-Sport immer sehr interessant. Ja, das stimmt. Also Kniebeuge 305 Kilo im Wettkampf. Bankdrücken im Wettkampf 245. Im Gym 250. Und Kreuzheben 13 auf dem Wettkampf und 320 im Gym. Genau. Und Überkopf Strict habe ich lange nicht ausgemacht. Es waren mal 150 und Pushpress 187. Okay. Also du bist schon ein recht starkes Kerlchen, könnte man sagen. Ja, tatsächlich bin ich, ich hatte es irgendwie mal nachgeguckt. Ich müsste ungefähr sowas wie Platz 5 im Powerlifting Raw All-Time in Deutschland sein, aktuell. Strongman, wie gesagt, bin ich jetzt zweimal sechsstärkster Mann Deutschlands geworden. Ich hatte 2019 ja zwei größere Verletzungen, was mich jetzt einfach viel Zeit gekostet hat. Das war ein bisschen problematisch. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, können wir gerne auch gleich dabei bleiben. Ich werde da so eingeworfen, weil du bist ja so ein sehr großer Typ. Zwar bist du auch sehr stämmig, aber ich kenne es selber, ich bin auch knapp 1,90 Meter groß und sehr verletzungsanfällig. Hat er auch echt schon die eine oder andere Geschichte und auch Operation. Würdest du sagen, dass du als großer Mensch anfälliger bist für Verletzungen? Ja, pauschal vielleicht nicht. Es ist halt immer eine Frage, was man so macht. Also ich habe die, also man kann einfach ganz klipp und klar sagen, die Sachen, die ich hatte, also aus dem Sport bedingt, waren immer, wenn man nicht auf den Körper gehört hat. Es ist halt tatsächlich so, dass ich mit einer Intensität trainiere, die einfach nicht zulässt, was ich teilweise gemacht habe, dass man sich dann sehr schnell oder sehr, sehr lange Zeiträume linear steigert oder das auf Teufel komm raus versucht. Und da habe ich zum Beispiel das erste Mal, ich glaube damals 185 über Kopf gedrückt und habe dann aber schon gemerkt, dass die Schulter und das Schlüsselbein und alles mögliche wirklich schmerzt und habe dann aber forcieren wollen, weil eigentlich von meinem Plan her ich eine Woche zu früh dran war, die Woche drauf nochmal richtig Vollgas zu geben. Und da habe ich mich dann abgeschossen und dann hatte ich ja eine Nervenverletzung, was so ein bisschen unklar ist. Im Prinzip war hier so der Nervenkanal zu und die linke Brust war ja dann bei mir plötzlich ganz weg. Also ich bin dann, ich hatte dann noch eine Behandlung vor einem Wettkampf, weil ich erst dachte, dass es hinten war irgendwie. Habe das mit der Brust gar nicht gemerkt, weil ich normalerweise vor einem Strongman-Wettkampf so circa neun Tage Pause mache, komplett. Und habe dann nur gemerkt, okay, irgendwas stimmt halt nicht, es fühlt sich alles unausgewogen an. Hatte dann noch bei einem Neurologie-Experten, der so Neuronadel-Sachen macht, eine Behandlung. Damit habe ich mich erst mal soweit relativ schmerzfrei gefühlt, habe dann einen Wettkampf gemacht in Frankreich. Dann schon gemerkt, stimmt alles hinten und vorne nicht, lief auch nicht ganz so, wie man es sich erhofft hat. Und bin dann drei Tage später, nachdem ich so ein bisschen erholt war, wieder ins Gym, wollte ein bisschen locker pumpen, lege mich auf die Bank und drücke 120 Kilo mit Ach und Krach und denke, was ist denn jetzt verkehrt? Und merke dann in dem Moment erst, dass meine linke Brust komplett weg ist. Also die war, konnte ich nicht anspannen, gar nicht. Da war keine Spannung drauf. Das war so die größere Sache und das war halt einfach selber schuld. Ich habe es voll übertrieben. Also Kinder, merkt euch, wenn euer Körper sagt Nein, dann hört auf ihn. Das ist manchmal die bessere Idee. Und manchmal darf man auch ein bisschen länger Pause machen, auch wenn die anderen Kinder dann zum Spielen ins Gym gehen. Sonst wird es am Ende wahrscheinlich noch länger. Genau. Und das hat mich halt auch sechs Monate dann gekostet, wieder auf meine Leistung zu kommen. Und dann habe ich mich da auch sehr darauf fokussiert, sodass auch definitiv es nicht, es ging zwar tatsächlich auch in Kniebeugen und Kreuzheben im Endeffekt ein bisschen voran, aber definitiv nicht in dem Maße, weil ich mich nur darauf konzentriert habe, Schultermobilität, die Brust wieder aktivieren können, schiropraktische Behandlungen. Wie heißt es? Noch holistischer als ein Chiropraktiker ist ein, wie sagt man, osteopathische Behandlung. Ah, okay. Genau. Also ganz, ganz umfangreich Physiotherapie. Also ich habe 1500 Euro privat investiert, um wieder auf den Damm zu kommen. Okay. Und dann, als es Insanity 2019 durch war, was sehr erfolgreich war, für mich habe ich ja dann plötzlich, ja, einen Blinddarm-Notfall gehabt, musste ins Krankenhaus. Und dann war ich ja wieder sechs Wochen raus quasi, weil die Bauchmuskulatur hatte dann einfach drei Löcher. Und da bin ich jetzt so seit ein paar Wochen, muss man wirklich sagen, wieder da, dass ich sage, wow, ich habe wieder Druck. Das wollte ich gar nicht so sagen. Ich habe wieder Druck auf der Bauchmuskulatur. Ich kann wieder Chorspannung aufbauen und kann da halt weitermachen. Bin jetzt auch schon wieder ganz gut an meinen Kraftwerten dran. Also ich kann wieder 300 heben, 300 beugen, 230 drücken. Also noch ein bisschen weg von den absoluten Maximallasten, aber es läuft. Und über Kopf sogar schon besser. Locklift konnte ich jetzt verbessern auf 175 Kilo und wie gesagt, 187 Kilo Pushpress. Das heißt aber ... Das klingt so selbst beweihräucherungsmäßig, aber ich erzähle nur, wie es war. Also es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie zu sagen, boah, ich habe so die krassen Werte, sondern einfach so war die Entwicklung durch Verletzungen bedingt und durchs Übertreiben einfach. Ja, wenn du stark bist, bist du stark. Das darf man dann ruhig schon auch so sagen. Ich höre raus, du, ich glaube, ich habe auch Bilder gesehen, du bist nicht so auf ein normales Gym angewiesen. Du hast so deine eigene kleine Krafthöhle quasi und bist da Corona-technisch eigentlich ganz gut im Saft aktuell. Das ist richtig, ja. Ich habe mit einem Trainingspartner zusammen, mit dem Magnus, wir haben ein Homegym, das ist halt die Halbgott-Schmiede und wir sind wirklich optimal ausgestattet. Also wir haben alles, was man brauchen könnte. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja Mensch, hätte ich auch mal gemacht, aber glaubt mal, ist halt viel Geld. Also dafür hätte ich auch 30 Jahre oder so schon in einem Fitnessstudio angemeldet sein können und der Raum kostet trotzdem Miete. Ja, klar. Schmeiß mal ein paar Zahlen in den Raum. So was kostet so eine gute Gym-Ausrichtung, wenn man sich jetzt nur in den, ich sage jetzt mal größtenteils, in den Grundübungen bewegt. Da braucht man ja ein gescheites Power-Rack und solche Geschichten, gute Handeln, gute Gewichte. Also die Basisausstattung, da kommt man sicherlich hin mit, lass mich mal grob überschlagen, vielleicht so was wie, wenn man schon ein bisschen coole Sachen haben will und auch ein bisschen Gewicht da, mit 2000 Euro kommt man bestimmt schon gut hin, mit einem Power-Rack, weil ich rechne jetzt so ungefähr 500 bis 800 Euro für ein Rack, rechne jetzt irgendwie ein Huni für irgendeine Bank, muss ja noch nicht mal eine verstellbare sein, eine Langhantel, kriegst du eine vernünftige, mit der du was anfangen kannst, so für 150 Euro und dann brauchst du halt noch ein bisschen Gewicht, je stärker du bist, je mehr Gewicht brauchst du halt, ist Fakt, ne? Gut, Gewichte sind teuer, auch gebrauchte Gewichte sind halt teuer. Also ich sage mal, wenn du dir vielleicht mal so 300, 400 Kilo hinlegen willst, dann bist du halt entsprechend dabei. Kannst für eine 20 Kilo Scheibe 100 Euro ausgeben, also das ist das günstigste, was du vielleicht kriegst, gebraucht oder so, vielleicht ein Fofi, also zwei Euro pro Kilo bezahlt man schon, weniger wird es nicht. Ja, also wir sind aber ein bisschen besser ausgestattet, als nur so. Ja, ja, wir haben ja auch die ganzen Strongman-spezifischen Sachen, ich habe zwei Locklifts, ich habe Steine, ich habe Autokreuzhebegestell, alles, also wirklich alles, was man brauchen kann. Also wir sind schon eher so im Bereich von einem neuen Kleinwagen, so. Okay. Da müssen wir ein bisschen länger drauf sparen, auf jeden Fall. Ja, das kommt ja auch nicht alles auf einmal. Also das ist ja, dann wird mal eine Stange gekauft, dann hast du eine Deadlift-Bar gekauft, für 400 Euro zum Beispiel, dann hast du die ja. Das ist ja, die benutzen ja bei uns auch nur drei Leute, meine Frau, mein Trainingspartner und ich, das heißt, das hast du ja auch nicht den Abrieb oder den Verbrauch oder wie auch immer, musst ja nichts Neues ersetzen. Dann kommt mal irgendwo, weiß ich nicht, Glut-Hamraiser hat er irgendwann mal geschossen, im Angebot. Jetzt ist es so das Gerät, was ich brauche, aber gut, dann hast du das Ding halt auch stehen, weil es mal irgendwo super günstig war oder so. Also das ist so ein Projekt über Jahre. Ja, klar. Was hat dich damals dazu bewegt, so in Richtung purer Kraftsport zu gehen? Du warst ja auch mal auf der Bodybuilding-Bühne. Wie würdest du da so insgesamt den Entwicklungsprozess beschreiben? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das bei mir eigentlich nie getrennt war, um das mal so zu sagen. Ich habe angefangen, habe sehr, sehr schnell ordentliche Kraftwerte aufgebaut und habe mich damit auch immer beschäftigt, weil ich das total spannend fand. Ich hatte von Kraft Dreikampf noch keine Ahnung. Tatsächlich fand ich Strongman aber schon als Jugendlicher toll, weil das kam ja früher noch bei DSL von so. Jeder kennt Heinz Olesch. Und da hat man sich natürlich immer gefreut, wenn die Sachen liefen bei Eurosport oder bei DSL. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, wie gesagt, das fand ich schon damals faszinierend. Ich habe ja dann trainiert, wollte, die Ästhetik war halt total wichtig für mich, aber ich wollte natürlich auch stark sein und mein Körper sollte nicht nur nach was aussehen, sondern ich wollte halt Power haben. Darauf habe ich auch dann entsprechend immer mein Training ausgelegt und ich habe meinen ersten Strongman-Wettkampf gemacht 2014, bevor ich Bodybuilding gemacht habe sogar schon. Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, Naturalbodybuilding, das finde ich spannend, das finde ich cool. Da will ich mal dabei sein. Habe dann bei der GNBF, damals die Internationale Deutsche Meisterschaft, mitgemacht. Und eine Woche später bei der, oh meine Güte, meine Güte, wie heißen die Verbände? Nicht die IFBB, sondern der andere in Deutschland. DBFV? Nee, das ist ja der Deutsche IFBB-Verband. Ja. Nee, wie heißt denn hier der? NAC. NAC, natürlich. NAC Norddeutscher Meisterschaft. Das ist wieder in meinem Fachgebiet. Genau, genau. Da habe ich dann noch mitgemacht, eine Woche später. Meine Erwartungshaltung bei der GNBF war wahrscheinlich ziemlich falsch. Da habe ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt tatsächlich. Beim NAC habe ich mich lustigerweise deutlich wohler gefühlt. Und ja, das waren so meine Erfahrungen damit. Dann, das hat mir auch gereicht. Was hast du, wie hast du da abgeschlossen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Siebter, Sechster, keine Ahnung. Okay. Irgendwo in einem guten Mittelfeld. Definition war okay für die erste Wettkampfdiät. Sie war nicht, ich war nicht ultra, mega, ripped, shredded, trocken, Streifen auf den Streifen hatte ich nicht. Aber ich sah ganz gut aus, aber halt auf 1,91 mit 96 Kilo sah ich halt aus wie eine Strichner Landschaft. Also es war völlig von einer Ausformung, also das Gewicht, die Zahl sagt ja auch eigentlich nichts darüber, wie man dann aussieht. Manche sehen mit 96 Kilo auf meine Größe brutal aus, manche halt nicht. Also es ist ja immer eine Frage der Muskelrundungen, des Volumens, dies, das, jenes, wie auch immer. Und ich, ja, ich meine, es gibt ja auch keine erfolgreichen 1,91 großen Bodybuilder. Ich glaube, ob der einzige Profi in dem Größenbereich ist morgen Erste und ob der jemals was reißt, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Jetzt ist er erstmal nur Profi. Ein bisschen interessiert mich Bodybuilding am Rande ja auch. Ja, ich meine, was hat der Typ auf der Bühne? 135 Kilo? Es waren, glaube ich, so über 130 Kilo. Das ist schon echt krass. Also da musst du schon arg draufpacken, dass du danach was aussiehst mit der Körpergröße. Also ich glaube 2019 oder 2018 gab es genau zwei Bodybuilder, die mich beeindruckt haben auf der FIBO. Das war morgen Erste und Sören Falvey, weil der ist auch über 1,80 ist er auf jeden Fall. Und tut mir leid, der Rest geht mir halt bis zum Bauchnabel. So, das ist halt. Es sieht, wenn dann jemand Großes daneben steht, immer nicht mehr so imposant aus, ehrlich gesagt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, richtig, richtig. Also ich will das jetzt gar nicht, das klingt so ein bisschen despektierlich, so meine ich das gar nicht. Bodybuilding als Sport ist ein Sport, der unglaubliche Entbehrungsfähigkeit und auch Selbstgeißelung bedarf. Ich habe es gemacht. Ich kann für mich sagen, dass es eine schwerwiegende Erfahrung war, in dem Sinne, dass es mich sehr viel Kraft gekostet hat. und ich muss sagen, ich liebe den Sport sehr, aber dieses Leid muss ich für mich nicht haben, zumal ich auch nicht unbedingt dieses Nichtbemessbare für mich dann akzeptieren kann. Ich bin halt ein zu kompetitiver Mensch, um sagen zu können, ich finde jetzt diese Bewertung für mich etwas, was ich akzeptiere, wo ich halt gut mit umgehe. Das liegt jetzt, das liegt aber nur bei mir. Das heißt nicht, dass andere das nicht können oder das heißt noch nicht mal, dass die Bewertung nicht vielleicht sogar gut oder objektiv ist und ich selber sehe auch Unterschiede bei den Leuten. Aber ich für mich selber kann dann damit nicht gut umgehen und sage mir lieber, ich habe jetzt einen Sport für mich, der entscheidet bei einem Maximalkraftversuch, der hat x Kilo gehoben, ich habe y Kilo gehoben, war das x größer als y und hat er halt mehr gemacht, Punkt. Oder war er schneller mit einem Gewicht über eine Strecke oder ähnliches. Das ist für mich deutlich klarer und da kann man halt erkennen, wer ist besser in der Disziplin, in der Übung, in dem Wettkampf und wer nicht. Das ist schöner für Menschen wie mich. Ist die Entbehrung, die man beim Bodybuilding eingeht, auf jeden Fall dann für dich schlimmer als dieses, ich nenne es mal, Essen schaufeln, um dauerhaft derartige Kraftleistungen zu vollbringen? Also fällt dir Essen einfacher als nicht essen? Es ist immer das, was man nicht hat, muss man sagen. Also es fällt mir lange Zeit beides leicht, muss ich sagen. Es ist dann wirklich so diese Zeit, wo man einfach spürt, der Körper schreit nach Energie. Wo man halt, also speziell beim Bodybuilding jetzt, wo man dann merkt, okay jetzt, ich bin jetzt auf dem Körperfettanteil, der hat keinen positiven Effekt für mich als Mensch, als funktionierendes Konstrukt irgendwie. Das hat keinen positiven Effekt für das, was ich eigentlich möchte, nämlich Leistung bringen. Ich merke jede Einheit, ich werde schwächer, ich merke jede Einheit, ich kann nicht mehr die Wiederholungszahlen halten. Das ist ja auch immer das, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt zu erwähnen für den einen oder anderen Zuhörer. Diese Zahlen, die man früher gesagt hat, ja du machst halt 15 oder 20 Wiederholungen bei der Definitionsphase, die macht man ja nicht, umzudefinieren, sondern die macht man aus der Notwendigkeit heraus, dass man nicht mehr intensiver trainieren kann und das Gewicht so weit senken muss, dass man dann, um eine Ermüdung zu haben, so hohe Wiederholungszahlen hat. Also es ist andersrum von dem, was sich bedingt. Ich glaube, viele realisieren das immer nicht, die dann sagen, ey man braucht keine 15, 20 Wiederholungen zu definieren. Ja nee, ihr braucht die nicht umzudefinieren, ihr werdet da aber hinkommen, weil ihr nicht mehr die Energie haben werdet, schwere Fünfer zu machen. Gut, das ist dann so der Punkt. Also ich glaube, es gibt von mir, diverse Formpunkte, Formen, also so Zeitpunkte, wo ich in bestimmten Form war, wo ich sagen würde, da sah ich gut aus, ohne jetzt auch nur annähernd in Bodybuilding-Form zu sein und trotzdem sage, da fühle ich mich wohl und da komme ich auch leicht hin. Da würde ich jetzt zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt sagen, gib mir sechs Wochen und ich komme in eine Form, wo jeder sagen würde am Strand, alter krasser Typ. So, das behaupte ich jetzt einfach mal. Andersrum ist es natürlich genauso, wenn du jetzt, wie letztes Jahr, wo ich wirklich versucht habe, Masse zu machen, um das mal so zu nennen, war ich zum Höchstpunkt auf 142 Kilo. Ich habe jetzt so 136, relativ relaxed, also ich muss mich im Moment nicht anstrengen dafür, ich esse ganz normal meine Mahlzeiten, esse auch mal meine Gummibärchen und dann gibt es auch einen Eis zum Nachtisch, aber jetzt ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt stopfen und letztes Jahr habe ich schon echt gestopft, da war ich so, anderen fällt das leichter, ich hatte mit 6500, 7000 Kalorien echt so meine Probleme, das war für mich mega viel, da wollte man dann nicht mehr essen. Es gab auch nichts mehr, auf das man sich gefreut hat. Es ist auch egal, wenn du halt viermal die Woche Pizza als dritte Mahlzeit hast, dann ist halt eine Pizza auch nichts Besonderes mehr. Das ist natürlich ganz, ganz anders aus der Perspektive in die andere Richtung. Also, ich sage mal so, der Körper hat ja immer so eine, so einen Bereich wie in so einer Glockenkurve, wo er gut funktioniert und ich sage mal, zwischen vielleicht so 110 und 135 Kilo ist es alles leicht für mich und wenn ich jetzt dann drunter muss oder drüber muss, dann muss ich halt kämpfen sozusagen. Kannst du mal so einen Beispieltag nennen, wie das aussah letztes Jahr, als du wirklich schaufeln musstest? Also, wann ging so der Tag los, mit welcher Mahlzeit, mit welchen Nahrungsmitteln und wie hat das Ganze zu welcher Uhrzeit geendet? Ja, da kommt noch dazu, dass ich kein Typ bin, der besonders strukturiert gerne isst. Also, das heißt zum Beispiel, ich esse relativ spät. Meistens war meine erste Mahlzeit also sowas wie 11 Uhr vormittags. So, und dann geht, ja, dann legt man halt direkt eigentlich los mit einem Mittagessen oder so. Da gibt es halt, im Prinzip irgendwie kommen da die acht Eier in die Pfanne, dazu der Bacon halt, also die Schinkenwürfel oder was. Dazu gibt es dann Brot oder Toast oder Brötchen und dann noch das Müsli entsprechend mit Haferflocken, dementsprechenden Zuckermüsli. Ich liebe Zinni Minis. Ich auch. Keine Werbung. Whey rein, bam, ne, und dann gönnt man sich das und dann hat man schon mal so die ersten zweieinhalb tausend Kalorien auf jeden Fall drin, ne, und dann ist man natürlich lange Pappsatt, weil es eine Riesenmenge ist. Und dann kommt irgendwann so die zweite Mahlzeit, was weiß ich, entweder man kocht sich entsprechend was, das ist bei mir tatsächlich, meine Standard-Koch-Mahlzeit ist so langweilig, es ist Reis mit Rind, Rinderhack. Da bin ich ganz, ganz locker, einfach das Rinderhack anbraten, Reis kurz kochen, mit dazu schmeißen, vielleicht noch ein Ei drauf, bisschen Käse, fertig. Einfacher geht es nicht. Und ansonsten typischerweise halt wirklich so Sachen, Döner, Pizza und danach noch Ben & Jerry's oder zwei. Und dann sind 7000 Kalorien drin. Ja, so grob, also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist, ja, zwischendurch gibt es natürlich dann immer nochmal einen Snack, dann gibt es da nochmal einen Riegel oder ein Energy Cake oder irgendwas. Also, ich habe zeitweise beim Training Tüte Gummibärchen angegessen, natürlich einfach Insulinspiegel hochhalten, genau wie Haftor das, also wer das jetzt nicht sagt, Haftor Julius Bjornsson, einer der stärksten Männer der Welt, hat, der trinkt Honig beim Training. Honig trinken finde ich jetzt nicht so cool, aber Gummibärchen essen ging. War das da noch was, was du wirklich aktiv gemerkt hast dann im Training, wenn du solche Mengen gegessen hast? Also wahrscheinlich hast du so dauerhaft eine aufgedunstende Plauze, weil du so viel Nahrungsvolumen drin hast, aber hast du es auch leistungstechnisch richtig krass gemerkt, wenn du so hochgegangen bist? Also ich habe tatsächlich, speziell 2019, hatte ich im Endeffekt, hatte ich so fünf, vier, fünf Wochen, die gut waren. Das war eine Katastrophe. Ich hatte, bevor ich diese Verletzung hatte mit der Brust, mit dem Nerv, einen Monat lang wirklich eine ordentliche Grippe, einen schweren grippalen Infekt. der hat so gerade so zur FIBO ging es mir so einigermaßen gut und nach der FIBO habe ich dann so vier Wochen effektiv hart trainieren können und da habe ich es gemerkt, da ging es halt auch durch die Decke und dann war es halt alles nur noch immer Kampf mit sich selbst, Reha, Reha, Reha. Aber man hat es natürlich, ja klar, die Leistungsfähigkeit ist natürlich da. Allerdings muss man auch sagen, und das gebe ich ja, habe ich ja im Prinzip schon zugegeben, meine Nahrungsmittelqualität war teilweise ein bisschen suboptimal, so dass man quasi sagen kann, der Ferrari mit Biodiesel getankt, so ungefähr. Also das ist nicht clever und das habe ich jetzt definitiv auch besser im Griff. Also das ist eine Sache, die ich so einfach auch gemerkt habe, das muss auch nicht sein. Also zumindest im Moment, wo sowieso keine Wettkämpfe stattfinden und ich nicht auf Teufel komm raus noch fünf oder zehn Kilo zunehmen muss, kann ich es ganz entspannt angehen und dann funktioniert es auch mit einem besseren Essen einfach, muss man sagen. Vielleicht letzte Frage für diesen Themenblock. Hast du Vorbilder im Strongman-Bereich und wenn ja, welche? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Persönlichkeiten im Strongman, die für den Sport gelebt haben, gestorben sind, im Fall von John Paul Sigmason. Das ist so mein absolutes Idol. Ich war 2018 noch in Island, habe sein Grab besucht und so. Also der hat viermal den World's Strongest Man gewonnen und der war so ein Entertainer, so ein Typ, der einfach die Leute voll mitgenommen hat. Der hat übrigens auch Bodybuilding und Strongman gemacht. Der ist nicht alt geworden, gell? Nee, ich glaube, der ist mit, der ist jetzt gerade vor zwei, drei Wochen wäre der 60 geworden und der ist vor 27 Jahren gestorben mit 33. Ja, bist du so. Das ist doch 32, 33. So mein Alter. Krass. Krass. Genau, ja. Er war relativ jung, hatte eine Venenruptur beim Kreuzheben. Krass. Genau. Tja, sehr tragische Sache auf jeden Fall. Man hat es ihm die letzten zwei Jahre seines Lebens angesehen, hat er viele Probleme gehabt, finanzielle Probleme und so weiter. da war er bei den öffentlichen Auftritten schon ziemlich runter mit der Bereifung. Genau. Und ansonsten für mich auf jeden Fall Sedunas Saviskas, der Litauer, der wahrscheinlich stärkste Mann aller Zeiten, der über quasi anderthalb Dekaden den Kraftsport dominiert hat und gleichzeitig aber auch eine Persönlichkeit ist, die eine Urruhe hat. Sedunas ist sicherlich nicht der Entertainer, der jetzt zum Beispiel damals ein John Paul war oder selbst auch ein Eddie Hall heute ist oder so, aber er war halt so ein Typ, wenn du ihn siehst, merkst du, der ist das Zentrum seines Universums. Also gar nicht ohne Arroganz, so meine ich das nicht, sondern es gibt einfach nichts, für das er sich beeilen muss. Er hat alles, was er braucht. Er ruht so in sich. Genau, genau. Er hat in sich die absolute Ruhe. Er lief über die Fibo, die Leute kommen, können wir ein Foto machen? Ja, danke, sehr schön. Ganz entspannt. So, du hast so das Gefühl, okay, der König des Dschungels muss halt nichts fürchten. So ungefähr irgendwie. Und ja, ist einfach ein total sympathischer Typ. Wie gesagt, großartiger Athlet. Alle Rekorde, die es gibt, werden immer irgendwann gebrochen werden. Also auch seine Rekorde, aber trotzdem hat er über so viele Jahre so viel gemacht. Finde ich klasse. Kann man nur nacheifern. Also die zwei würdest du auf jeden Fall nennen. Ich denke schon, ja. Die sind so, die ganz, ganz weit oben sind. Ich glaube, das Format, mit dem dich in ganz Fitnessdeutschland bewusst oder unbewusst die meisten Menschen in Verbindung klingen, ist definitiv Strength Wars. Vielleicht mal eine Frage vorab. Wie kommt es, dass du so gut Englisch sprichst? Also war das schon immer so? War das schon immer ein Talent von dir? Irgendwie belustigen sich da die Leute immer dran. Ich sehe das immer wieder, aber ich finde deine Leistung da wirklich ziemlich respektabel. Und deswegen wollte ich das mal ansprechen. Weil von mir kannst du eigentlich nur Props geben, weil das ist ja nicht deine Muttersprache. Gehe ich mal davon aus, dass du keine englischen Verwandten hast. Deswegen, wo kam das her? Also erst mal ganz kurz dazu. Es ist alles komplett immer ungescriptet. Und ich sage alles, was ich sage, da immer spontan aus dem Bauch raus. Umso respektabler. Also auch bei dem, der Strength Wars Film, der jetzt rauskommt, da ist nichts gescriptet. Leute, dieses Chaos, diese Chaos-Produktion. Ich bin sehr gespannt, was die Amis daraus machen. Aber gut, passt auf. Also, erst mal zu meiner Englisch-Geschichte. Ich bin, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, in der siebten Klasse aufs Gymnasium gekommen. Und mein Englisch aus der Realschule war völlig beschissen. Wir hatten zwar eine coole Englischlehrerin, aber ich hatte da irgendwie noch nicht die Notwendigkeit für erkannt. Und dann bin ich im ersten Halbjahr in der siebten Klasse mit einer fünf, so mit Tendenz zur sechs in Englisch unterwegs gewesen. Also absolut so. Und dann sagte mein, ich kann mich da noch dran erinnern, Frau Page, Frau Peine, irgendwie sowas hieß die. Ich weiß es nicht mehr. Die war ungefähr ein Kopf größer als ein Dackelkugel rund, total liebe Frau, war eine super Lehrerin. Und die sagte, guckte mich an und sagte zu mir, deine Lazy Bones, die kannst du zu Hause lassen. Und wenn du das so machst, dann fliegst du ja einfach runter von der Schule. Und dann saß ich erst mal da und dachte mir so, fuck, das kannst du nicht bringen. Meine Leistungen durchweg waren okay. Also ich war jetzt nicht der Oberüberflieger, aber ich hatte überall so, sagen wir mal, eine zwei, drei. War völlig in Ordnung. Und meine Großeltern, die haben mich sehr, sehr unterstützt und da sehr an mich geglaubt. Und meine Oma hat zu mir gesagt, pass auf, Junge, das ist ganz einfach. Ach, du kommst mittags zu mir, kriegst von mir was zu essen, vorhin hast du geklatscht und dann üben wir Englisch-Vokabeln. Und das haben wir halt so durchgezogen, zwei, drei Jahre lang. Und dann war ich halt irgendwann, zumindest vom Wortschatz, schon mal so der Beste in Englisch, weil ich dann irgendwann immer vorgelernt habe. Und ich habe dann zwei, das war dann schon ein bisschen später, da war mein Englisch schon gut dann, auch durch einfach Interesse und man versteht ja dann viel mehr. Dann kann man ja auch Vokabeln erschließen und dann guckt man englische Filme und dann wird es halt immer, immer besser, wenn man einmal den Wort Grundschatz hat. Dann habe ich mit einem schwedischen E-Sports-Team gespielt und mit denen habe ich halt sechs Stunden am Tag Englisch gesprochen. Und dann hat man die Sprachpraxis. Ja, das war dann aber eher schon so in Richtung 2001, zwei, irgendwie sowas. Ja, und dann habe ich angefangen und gesagt, gut, dann studiere ich halt Englisch auf Gymnasiallehramt. Und im Prinzip darf man sich das nicht so vorstellen, weil in einem Englischstudium lernt ja keiner Englisch, sondern dass du Englisch im Prinzip auf Muttersprachniveau oder nahezu Muttersprachniveau hast, ist quasi die Voraussetzung, um ein Englischstudium zu machen. Ja, genau. Ich sage immer, ich habe viel vergessen heute, viel. Aber das war ja schon, muss man sagen, ein Talent, ein Sprachtalent muss da ja vorhanden gewesen sein, weil selbst wenn du die Vokabeln nicht kannst, gibt es ja immer so ein Aussprachenproblem bei ganz, ganz vielen Menschen und das hattest du wahrscheinlich de facto von Anfang an nicht. Es waren eher die Vokabeln und der Fleiß, der da gefehlt hat. Es hat der Fleiß, genau. Und es war auch dann einfach eine reine Fleißleistung. Ja, wie habe ich die Aussprache gelernt? Wahrscheinlich, da habe ich mir nie große Gedanken drüber gemacht. Wie gesagt, dann englische Sachen angehört, Filme geguckt. Gott gegeben vielleicht einfach. Ich glaube, manchen Leuten kannst du dieses TH und solche Sachen Ewigkeiten beibringen und die werden es nie auf die Kette bekommen. Das ist ein Running Gag in der Pronunciation im Studium tatsächlich. Das ist natürlich ein Basisding quasi, dass du das aussprechen kannst, aber das ist so als, Comic war das damals auf unserem Buch drauf, so Lektion 56, How to Save the Age. Aber gibt es da Leute im Englischstudium, die eigentlich einen guten Wortschatz haben, aber dann solche Sprachmängel aufweisen, sowas vertreten? Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten, wenn dann war es eher so, dass man Leute hatte, wo man sich dachte, okay, Lehramtsstudium, also in der Sprecherziehung später, gar nicht jetzt irgendwie fachlich, sondern in der Sprecherziehung, wo man dann so dachte, okay, wenn du sprichst und hier gerade acht Leute sind, die wirklich den Mund halten, weil sie Interesse an dem haben, was du sagst, und ich verstehe dich kaum, dann wird es echt schwierig, wenn du irgendwann mal gegen eine Klasse sprechen musst. Das war halt so tatsächlich eher eine Sache, wo ich sage, okay, das sollte man sich vielleicht überlegen, dass heutzutage oder generell Schulklassen ja nicht immer die leisesten und aufmerksamsten Gruppen sind. Und da bin ich vielleicht jemand mit einer kräftigen, lauten Stimme, der es vielleicht ein bisschen leichter gehabt hätte. Ich habe ja, ich habe später auch unterrichtet, aber in einer, wie sagt man dazu, das war im Prinzip eine private Bildungseinrichtung mit einem öffentlichen Auftrag, also für junge Erwachsene Berufsvorbereitungskurse unterrichtet und Hauptschulkurse gegeben. Die haben dann quasi nachgeholt ihren Hauptschulabschluss. Und da habe ich dann Biologie und Geschichte unterrichtet. Also kann man das schon sagen, du hast deine Studiengänge beendet und bist Lehrer? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es nicht beendet. Nee, genau. Ich habe dann abgebrochen, aber es hat sozusagen über ja, so Quereinstieg ging das dann trotzdem in diesem Bereich. Könntest du da auch wieder hin zurück oder ist das jetzt diese Studiengänge einfach eigentlich für den Arsch gewesen so im Nachhinein? Also wahrscheinlich, ich könnte wahrscheinlich irgendwie versuchen, über irgendwelche wilden Anerkennungsverfahren da irgendwelche Credits zu bekommen, die ich damals hatte, aber de facto würde wahrscheinlich jede Uni sagen, hör mal zu, das ist jetzt irgendwie, ja, also wann bin ich exmatrikuliert? 2012? Also da würde keine Uni mir wahrscheinlich irgendwas anerkennen, da müsste ich alles nochmal machen. Aber das steht jetzt im Moment auch nicht zur Debatte. Also vielleicht, wenn ich mal ganz alt bin, über 40. Hast du jetzt nicht mehr so lange. Ja, darum, das war ein bisschen der Seitenhieb an mich selbst. Nee, tatsächlich so, das habe ich quasi, die Zeit habe ich ein bisschen in den Sand gesetzt. Also da waren dann speziell zum Ende des Studiums, das hat sich ja so ein bisschen überschnitten, auch mit dem Anfang von Sport und Fitness, waren dann die Interessen deutlich anders. Ich meine, ich mache jetzt seit 2008 Musik. Ja, genau, habe 2006 angefangen, Gitarre zu spielen, ungefähr. Ja, dann habe ich Musik gemacht, dann habe ich gearbeitet, wie gesagt, in der Gastronomie, habe dann später sogar angefangen, auch schon Leute zu trainieren, also beim Trainingseinstieg auch zu helfen. Habe nebenbei für eine Konzertagentur gearbeitet, so ein bisschen als Typ für alles, also Roadie und Musiker ins Hotel fahren und was man alles so macht, Bühnen aufbauen. Also es war irgendwann so viel neben dem Studium, was mich interessiert hat, was Spaß gemacht hat, was Geld gebracht hat, muss man auch ganz klar sagen, dass ich tatsächlich das dann sehr vernachlässigt habe. Ja, ganz ehrlich gesagt. Also so ein bisschen der typische Studienabbrecherweg irgendwann. Okay. Wenn wir zu Strengthforce zurückkommen, wie bist du damals in die Position des Moderators gekommen, hat sich das so entwickelt, weil du hast ja auch selber teilgenommen an verschiedenen Battles, sage ich jetzt mal, oder kam da bewusst dann beispielsweise mal der Konrad auf dich zu und hat gesagt, hey Tetzel, hast du eigentlich ganz geil gemacht? Willst du das nicht dauerhaft machen? Es war so, erst mal der erste Kontakt war, als Bodybuilding Ref damals noch dieses Deadlift-Video gedrehen wollte. Damals mit Dorian Berger, Romano Rengel, Thomas Faber. Wer war denn da noch dabei? Noch so ein paar Jungs, Powerlifting-Jungs. Und da war ich gerade, das muss 2015 gewesen sein, da war ich gerade so ein paar Wochen nach Wettkampf-Diät. Also ich habe dann den Abend vorher noch viel gegessen, da war ich auf dem Video für meine Verhältnisse damals voll aufgedunsen, wie ich übelst Salz reingeknallt habe. Und da hat sich dann YouTube Deutschland sehr drüber lustig machen können, wie furchtbar meine Deadlift-Technik war. War sie auch, das kann ich anerkennen. Und mir, damals habe ich mir tatsächlich, ich habe mich sogar verletzt bei dem Video. Das weiß glaube ich auch keiner mehr oder überhaupt keiner. Ich habe mir tatsächlich ein Wirbelsäulen-Ligament gerissen. Oh. Ja, ja. Und das hat quasi meine, mein linken, links unten in der LWS, ist auch für immer, auch heutzutage noch, läuft ganz schnell zu, wird ganz schnell hart, weil da halt immer mehr Tonus drauf ist. Aber unerheblich jedenfalls, darüber kam der Kontakt zustande. Das Video kam ja sehr gut an. Dann haben wir irgendwann gesagt, pass auf, das war cool, die Leute machen sich da zwar ein bisschen drüber lustig, aber das ist egal, weil im Endeffekt, die Leute reden drüber. Es kommt gut an in irgendeiner Form. Also haben wir gesagt, wir machen jetzt, du bist sowieso gerade der Arsch der Nation, in Anführungszeichen. Jetzt machst du, jetzt machst du hier mal richtig den, den Pausenklauen, in Anführungszeichen. Und dann haben wir dieses Video gemacht, Powerlifting Madness, dieses 800 Kilo Powerlifting Madness, wo ich so ein bisschen auf dem Pseudo-City-Fletcher gemacht habe. Und den auch das Publikum so ein bisschen angemacht habe. Und auch das kam ja ziemlich cool an. Und am nächsten Tag haben wir dann das Strength Wars Battle gedreht, zwischen Yishi Kattelczyk und dem Patrick Baboumian. Genau. Und da war ja noch nicht so viel mit moderieren, nur so ein bisschen die Ansage. Und das hat, das hat ja ziemlich gezündet. Das Format kam super gut an bei den Leuten. Mir hat es mega Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir machen das weiter, bleiben da in Kontakt. Und später habe ich ja dann im Prinzip die Organisation mit den Athleten übernommen, habe die Battles aus mir ausgedacht, habe die Paarungen mir überlegt, habe die Kommunikation übernommen und bis dann zur Liga 2017. Wie würdest du so deine aktive Karriere als Teilnehmer bei Strength Wars beschreiben und gibt es da eine reelle Chance auf ein Comeback? Du bist ja jetzt dann doch auch noch mal einiges stärker geworden als zu der Zeit damals. Ja, also ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, die meisten Strength-Force-Battles von allen Athleten und ich bin, glaube ich, irgendwie sowas wie vier Siege, fünf Niederlagen oder fünf Siege, sechs Niederlagen, irgendwie sowas. Also ich bin fast ausgeglichen. Leider habe ich ja dann ganz knapp gegen Leon das letzte von uns damals produzierte Strength-Force-Battle verloren. Ob ich das noch mal machen würde? Auf jeden Fall, natürlich. Ich bin, wie gesagt, kompetitiv. Ich kann dazu nur sagen, wir haben ja jetzt die Strength Wars selber ist ja jetzt als Marke, als IP an Generation Iron verkauft. Generation Iron hat jetzt den Film produziert. Der soll 2020 rauskommen. Ich sage mal, wird sportlich, ob der dieses Jahr noch rauskommt. Also fertig ist er im Kasten und so weiter, aber die Produktion zieht sich ja noch ein bisschen hin. Schauen wir mal. Und da habe ich mir ja auch die ganzen Battles ausgedacht. Wir haben ja da wirklich eine Besetzung an Leuten, die absolute Weltelite sind. Wir haben Blaine Sumner, mehrfacher Weltrekordhalter. Jerry Pritchett, einen der stärksten Strongmen der Welt. Wir haben Larry Wheels, All-Time-World-Recordhalter. Wir haben ein paar verrückte Amerikaner dabei. Big Nietzsche, der ist so ein absoluter All-Round-Freak. NDO-Champ, Profi-Bodybuilder. Wen hatten wir jetzt noch dabei? Leonidas Arcona natürlich. Deutscher Powerlifter, kennt man ja im deutschen YouTube und Fitness-Game. Wen haben wir noch? War der Big Nietzsche der Footballer? Ex-Footballer? Das ist Tyron Beckham. Also der ist auch im Footballbereich. Der ist auch unglaublicher Athlet. Völlig wahnsinnig. Er macht einen Backflip und einen Dunking und dann drückt er 180 auf der Bank auf Raps. Kann man machen. Also er kann es machen. Ja, nicht viele. Also ich sage mal so, ich will nichts, ich spoil gar nichts, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit 20 Kilo Zusatzgewicht irgendwie Klimmzüge gemacht hat, wo er halb über die Stange nach oben geflogen ist. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Das war völlig abgefahren. Anabolic Horse natürlich. Unseren tschechischen Superhelden, der ja nun wirklich auch ein wahnsinniger All-Round-Athlet ist. Also da waren Leute, die die Weltelite in dem Bereich repräsentieren und ich habe die Gewichte auf ein Niveau gebracht, wo ich jetzt auch weiß, höher geht es halt nicht mehr. Also ich habe die, ich habe die schlimmsten, also ich habe die Besten der Besten an ihre Grenzen gebracht. Glaubt mir. Es wird geschwitzt. Es wird wirklich, wirklich hart geschwitzt. Es wird geblutet. Es wird geweint, nur ohne Kamera so ungefähr, aber glaub mir. Also das wird von der Intensität, das kann sich gar keiner vorstellen. Also das ist sowieso ein bisschen das Problem, was wir mit StrengthsWars in der Progression hatten. Die Leute haben den Bezug zu dem, was eigentlich geleistet wurde, total verloren. Wenn man sich überlegt ... Oder du es so oft gesehen hast einfach. Du siehst es Woche für Woche quasi und verlierst dann irgendwie so das Verhältnis einfach. Genau. Wir hatten ja anfangs solche Battles mit, ich weiß gar nicht, 100 Kilo Bankdrücken auf 20 Mal und 20 Klimmzüge und dann irgendwie noch oder Dips und 120 Kilo Kniebeugen oder so ein Kokolores. Also wie ich das heute, es klingt so ein bisschen, das waren auch tolle Leistungen, die in wirklich kurzer Zeit gebracht wurden. Aber das ist natürlich, das kann man nicht vergleichen. Selbst damals dann in der StrengthsWars Liga hatten wir ja dann schon so Sachen wie irgendwie 220 Kilo Kniebeugen auf 10 und 240 Deadlift und irgendwie solche Sachen. Also riesige Unterschiede dazu. War schon spannend. Du hast ja jetzt schon recht viele Folgen begleitet, was StrengthsWars, StrengthsWars League und so weiter angeht und sicherlich so einiges gesehen. Wenn du mal rekapitulierst jetzt, welcher Teilnehmer war so alles in allem der krasseste, wenn wir jetzt mal wirklich bis zum StrengthsWars the Movie gehen würden, war das wirklich The Faceless oder welchen Namen würdest du nennen? Was war so absolut geisteskrank bis zu dem Movie jetzt? Also der Faceless war immer in dem Fit, worin er fit sein musste. Das ist Fakt. Aber der hat schon damals viel zu kämpfen gehabt mit Einschränkungen, die bestimmte Sachen unmöglich machten. Also ich, ganz klar, alle die jetzt vielleicht denken, Tetzel, also ich bin ja nicht respektlos gegenüber, Seba Kott, der hat wahnsinnige Leistungen gebracht, aber man musste viele Sachen immer ein bisschen relativieren, damit er sie durchziehen kann. Und an manchen Stellen glaube ich, dass es ihm nicht gelungen wäre zu gewinnen, wenn man es so gemacht hätte, wie es ursprünglich geplant war. So gesehen aber haben ja auch die Gegner, also haben ja immer zugestimmt zu allem und in dem Sinne mussten sie sich ja, haben sie sich ja quasi auf dem gleichen Schlachtfeld geschlagen. Also und da war er dann immer der krasseste, das ist Fakt. Der größte Allrounder würde ich weiterhin sagen, ist Anabolic Horse tatsächlich, der auch meiner Meinung nach einfach völlig unter seinem Potenzial ist, weil er immer hübsch sein will. Ich meine, er ist so groß wie ich, so 1,90, hat, was hat er, 120 Kilo, Sixpack, schmale Taille und ich meine, der deadliftet auch 350 Kilo. So lass ihn halt einfach mal 10 Kilo zunehmen, da ist er immer noch nicht fett und dann hebt er halt 400. Aber hat halt nicht mehr so ein tolles Sixpack, was einfach unwichtig ist, weil er Frau und Kind hat. Aber egal, manche Leute finden das halt wichtig. Nein, er soll sich ja selber wohlfühlen. Ich bin ja, warum, ich kann ja nicht darüber urteilen, ich bin nur so ein Gedanke zu ihm, dass er so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten läuft und da ist er sozusagen auch ein bisschen selber schuld. Aber unerheblich dessen ist er halt ein unglaublich flexibler, kompletter Athlet. Ich glaube, bei den alten Sachen hätte zum Beispiel Teron Beckham, der hätte wahrscheinlich alles dominiert. So einen Allrounder wie den haben wir in Europa nie dabei gehabt. Wir hatten ja zum Beispiel nie einen unglaublich starken Crossfitter. Haben wir leider nie dabei gehabt. Also hätte ich gerne gehabt, aber die Elite-Crossfitter sind leider nicht in Europa oder zumindest haben sie sich nicht gemeldet. Wir haben ja auch immer mal Aufrufe gestartet, haben ja auch immer mal New Kammern die Chance gegeben, dabei zu sein, die starke Kraftwerte hatten. Bei manchen hat es gut geklappt, bei manchen halt nicht so. Aber wir hatten viele, viele unterhaltsame Leute, muss ich sagen. Also wir hatten schon ein tolles Cast, fand ich. Ich habe das immer sehr gefeiert, habe mich jede Woche auf die neue Folge gefreut eigentlich. Kannst du noch ein paar Details nennen zum Strength Wars Film? Also wer macht mit, hast du schon gesagt. Wo habt ihr überall gedreht? Wann soll circa released werden? Also du darfst gerne, wenn du keinen Ärger bekommst, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und das mögen die Leute besonders immer. Ich weiß halt leider nicht allzu viel. Also wir haben es im Metroflex Long Beach in Los Angeles gedreht. Es war eine chaotische Produktion. Also generell muss ich sagen, dass die Amis wahrscheinlich mit die nettesten Menschen und gleichzeitig die unprofessionellsten waren, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Also ich habe dem, also nur, passt auf Leute, nur um das mal klarzustellen. Ich habe den Produzenten im November, sechs Wochen, Anfang November, das war sechs Wochen vor dem ursprünglichen Drehtermin. Mitte Dezember sollte gedreht werden. Habe ich ihm alles fertig gemacht. Alle Listen, an Equipment, alles was wir brauchen. Und verschoben wurde das Ganze um acht Wochen. Wir waren dann im Februar da. Jetzt Pi mal Daumen gerade. Mitte Februar, genau. Ich bin dann drei Tage vor Battlebeginn hingeflogen. Dann hat er gesagt, okay, wir treffen uns Sonntag, Sonntag ging die Battles los. Sonntag, Montag, Dienstag, Pause, Mittwoch. Und Mittwoch ging auch mein Flug. So, ich bin angekommen, Mittwochs, Donnerstags ins Gym, um zu gucken, ist alles da. Es war natürlich nicht alles da. Und noch nicht nur, nicht nur war nicht alles da, sondern ich sagte, das ist ja schön, dass manche Sachen da sind, aber wir brauchen alles zweimal. Ach du Scheiße. Und dann hat er mich angeguckt. Craig, liebe Grüße, toller, toller Typ, richtig, richtig, richtig cooler Typ. Aber er kam dann auf einmal ins Schwitzen. Und dann sagt er zu mir, Tetzel, kannst du mit mir das und das und das? Ich sage, Alter, nein. Ich bin hier 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich habe hier keine Verantwortung dafür, das Equipment herzubringen. Und ja, dann kam ein bisschen ins Schwitzen, aber wir haben es alles gemanagt. Ah, cool. Und zum Release kann ich noch gar nichts sagen. Also ich würde nicht in der, ich würde nicht vor Herbst damit rechnen. Aber du sagst, es könnte auch sein, dass es 2.21 wird. Ja, ich kann ja nur davon sprechen, wie ich erlebt habe, wie die Amis arbeiten. Also so gern ich die mag, so unzuverlässig und langsam sind die. Das ist halt einfach Fakt. Ich meine, wir haben jetzt Mai und es gibt halt einfach Entscheidungen, die hätten direkt, direkt getroffen werden können, als wir da waren. Die sind bis jetzt noch nicht getroffen. Also passt auf, das kann ich im Prinzip verraten. Das ist nicht schlimm. Der Film ist ja, ist ja eine dramaturgische Aufarbeitung von einem Strength Wars Turnier. mit einem Viertelfinale, einem Halbfinale und einem Finale aus einem Acht-Athleten-Cast. Das heißt, ihr könnt nicht damit rechnen, dass in diesem Film sieben Battles sind. Das wird nicht funktionieren. Dann wäre der Film halt drei Stunden lang, inklusive der ganzen Dramaturgie drumherum, wie bereiten sich die Athleten vor, wie essen die, was haben die für eine persönliche Geschichte, für einen persönlichen Bezug dazu. Das heißt, ihr werdet in diesem Film wahrscheinlich Highlights haben. Und die Entscheidung, die jetzt zum Beispiel getroffen werden muss, ist, cutten wir die Videos extern und sorgen dafür, dass die als Episoden bei YouTube kommen. Ich glaube, das ist im Interesse von uns allen. Da war nicht mal eine riesige Wir-Gruppe auf, dass das passiert. Aber diese Entscheidung und auch die entsprechenden Mittel dafür müssen halt freigegeben beziehungsweise getroffen werden. Darauf warte ich. Stand heute 12. Mai. Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, The Faceless and About the Course sind schon so zwei Athleten, die definitiv richtig krass sind. Aber du hast im Zuge des Films jetzt von nahem gesprochen, Blaine Sumner, Jerry Pritchett, Larry Wills. Wenn du das jetzt so mal live mitverfolgt hast, wie krass haben diese Athleten jetzt das Ganze nochmal auf ein neues Level gehievt. Steht man da dann nebendran und denkt sich, ach du Scheiße, so mit offenem Mund und fragt sich, wie kriegen diese Leute das hin, jetzt derartige Lasten zu bewegen. Jein. Ich hab ja, also da ich ja ein großer Kraftsport-Fan bin, kenne ich die Leistungen der Leute ganz gut und eigentlich ist es tatsächlich so, dass alle Battles so designt sind, bis auf die Deadlift-Lasten, das sage ich ganz klipp und klar, dass ich das machen könnte. Also in guter Form, in Top-Form, muss man ganz klar sagen. Und da ich mich ja immer so als den nicht so guten ansehe oder den Standard, der normale Standard des starken Athleten, müssen die das halt einfach können. Okay. Und es gibt Sachen, wo ich sie nicht unterschätzt habe, aber zumindest, wo man dann gedacht hat, okay, das war für den einen zu leicht, aber für andere schon wieder eine Grenze. Also im Endeffekt war es glücklicherweise sehr, sehr spannend. Ich will halt noch nichts dazu sagen, wie jetzt wer im Einzelnen war. Es sind alles krasse Athleten. Das kann ich nur dazu sagen. Es sind einfach alles krasse Athleten. Brutal stark und brutal charismatisch. Alle, die da waren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also jeder von denen ist an seine Grenzen gegangen. Keiner von denen, keinem vieles am Ende, irgendwie irgendwas leicht. Das kann ich sagen. Da muss man aber ja schon auch mal so Props aussprechen an Leonidas, der ja eigentlich noch so ein junger Hüpfer ist unter den ganzen Jungs. Absolut. Und vor allen Dingen auch oft leider nicht clever. Ne, Leon? Den hole ich mir auch mal in den Podcast. Mach das mal. Zwei Tage vor dem Battle im Training hat er 320 Kilo Deadlift auf maximale Wiederholung gehoben. Ich habe gesagt, mach es nicht. Aber ich habe einen guten Tag. Ja, heb dir den guten Tag auf. Nicht gemacht, bereut. Er weiß, das war nicht clever. Ja, das will ich jetzt noch nicht mal so sagen, dass er es bereut hat, aber das Nervensystem regeneriert nun mal nicht so schnell wie die Muskeln. Punkt. Das ist einfach ein Fakt. Also ich halte fest, wir können uns freuen, ob es jetzt 2020 oder 2021 wird. Ich weiß, dass es alle sehen wollen. Vielleicht wollen es am Ende auch gar nicht mehr so viele Leute sehen, weil es zu lange gedauert hat. Wisst ihr was? Ist mir egal. Es ist ein geiles Ding. Es ist eine geile Erfahrung. Und jeder, der das Ding sieht, sofern Generation Iron das jetzt auch hinkriegt, das vernünftig interessant zu machen, wobei ihre Dokus ja meistens ganz spannend gecuttet sind, der wird es feiern. Also das ist ein anderes Feeling, das ist ein anderes Level. Ihr könnt euch wirklich die Lasten, die da bewegt werden, die meisten Menschen auf diesem Planeten können die nicht einmal bewegen. Und wenn ihr euch das verdeutlicht, gut, der ein oder andere 60-Kilo-Hempfling wird jetzt sagen, natürlich kann ich Klimmzüge mit Zusatzgewicht. Halt deinen Mund. Darum geht es natürlich nicht. Aber es wird geil. Könnt ihr euch drauf freuen. Das ist ein Highlight. Vielleicht abschließend zum Strengthforce-Blog. Wie war damals deine Reaktion auf den Verkauf von Strengthforce? War da direkt klar, dass du weiterhin eine Rolle übernehmen wirst? Und welche Vorzeichen haben sich so geändert insgesamt jetzt? Nun, das war nichts, was in meiner Macht war. Es war halt irgendwann klar, dass das Strengthforce aus unserer Hand finanziell nicht mehr zu stemmen ist. Also so eine Episode war ein riesen Produktionsaufwand. Beziehungsweise wir haben ja einen Drehtag dann gehabt oder zwei Drehtage mit mehreren Battles, um überhaupt genug Output zu generieren. Und du hast halt, also wir haben die Kosten für die Athleten entsprechend übernommen. Logistikkosten, Unterbringung, Anfahrt und natürlich auch Verpflegung. Wir haben eine Crew gehabt mit Kameraleuten. Wir haben Cutter gehabt. Wir haben also tatsächlich die Locations mieten müssen natürlich und so weiter und so weiter. Also das war ein riesen Produktionsaufwand. Und als dann klar war, wir können es einfach nicht mehr, weil YouTube hat ja in den Jahren, wo wir Strengthsforce gemacht haben, zweimal gravierend den Algorithmus geändert, wo wir dann von einem Durchschnitt von zwei Millionen Klicks pro Episode runtergefallen sind auf einen Schnitt von irgendwie so was wie 300.000 oder so. und das war einfach bitter für uns, weil es war ja nicht so, dass das Interesse verloschen war, sondern Strengthsforce wurde halt nicht mehr ausgeliefert von YouTube. Und YouTube gibt und YouTube nimmt. Natürlich kann man YouTube nur im begrenzten Maße die Schuld daran geben, wenn man sich quasi mit seiner Firma und auch mit seinem Format in die Hände dessen begibt, in die Gunst des Algorithmus, kann man nur das annehmen und nur mit dem arbeiten, was man halt bekommt, logischerweise. Nun ja, und das war sehr schade, aber es war irgendwie immer der Wunsch da, dass es weitergeht und der Verkauf war natürlich irgendwo eine Chance. Andererseits hat man auch so ein bisschen damit gerechnet, dass erstmal nicht viel passiert und es hat sich ja auch mega hingezogen, bis die Amis mal so wach waren. Ja, genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ganz egal, wann das dann rauskommt, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr wird. Und ich finde, das muss gar nicht so schnell passieren. Die Leute sind immer heiß natürlich, wenn du ankündigst, aber ganz ehrlich, wenn es kommt, dann kommt es. Hauptsache es kommt und wird geil. Ich hoffe halt tatsächlich, dass sich daran dann was anschließt. Ich denke, das Potenzial in den USA für in den USA produziertes Material ist halt nochmal unendlich viel größer. Im Endeffekt denken oft die deutschen Zuschauer dann, das muss alles auf ihr Gusto geschnitten und gemacht und getan sein. Und ich hätte es aber gerne so gehabt. Ja, aber du bist halt nur einer von vielleicht in Deutschland einer Zielgruppe, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle, die ein Fitnessstudio besuchen, die Zielgruppe sind von 10 Millionen und in den USA haben wir halt irgendwie 100 Millionen Interesse, also die potenzielles Interesse daran haben. Also bist du halt dann im Endeffekt einfach so hart, das klingt nicht der Mittelpunkt der Sache. Und ich glaube, wenn dann in den USA das nochmal so ein gewisses Feuer fängt, hat das nochmal wirklich die Möglichkeit, wiederbelebt und auch auf ein neues Niveau zu kommen. Wiederbelebt zu werden und auf ein neues Niveau zu kommen. Wir haben ja jetzt viele, viele Formate, die sich so offensichtlich an Strengthforce bedient haben. Sei es The Rock mit den Titan Games. Das ist, also ich mache denen gar keinen Vorwurf. Aber dieses Grundkonzept, zwei Athleten, zwei Menschen auch mit einer Geschichte, wie sie es ja zum Beispiel bei Titan Games machen, gegeneinander antreten zu lassen, ist natürlich was. Das kommt halt aus unserer YouTube-Reihe. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Thema noch. Das wollte ich mit dir als Strongman unbedingt bequatschen. Nämlich die ganze Geschichte um den Deadlift-Weltrekord. Vielleicht mal vorneweg, wenn du beim World's Strongest Man 2017 als Zuschauer am Start gewesen wärst, wem hättest du eher zugejubelt? Haftor Björnsson oder Eddie Hall? Und vor allem warum? Also erstmal vorweg gesagt, ich hätte beiden zugejubelt. Ich als Sportler, als Athlet, als aktiver Strongman, jubel auch meinen Kompetitoren zu, wenn ich selber mit denen antrete. Im Strongman-Sport ist es, es gibt natürlich bestimmte Rivalen, die man hat. Es gibt vielleicht Leute, wo man weiß, okay, der ist so knapp mit den Punkten dran. Ah, da guckt man mal kritisch hin. Aber wenn der seine Leistung bringt, dann ist man stolz darauf, dass er das geschafft hat. Dann freut man sich für den. Wenn er natürlich vielleicht eine Leistung nicht bringt, dann hat man auch mal natürlich eine Freude, sagt sich, cool, meine Leistung war besser, hat gereicht, um vielleicht die Punkte zu holen. Ganz kurz dazu. Und Eddie Hall ist ein wahnsinnscharismatischer Athlet, ist ein Typ mit einer riesengroßen Klappe, die unglaublich unterhaltsam ist. Und natürlich mag ich Eddie Hall. Die Leute denken immer, Tetzel, du findest Eddie Hall doof. Ich habe mich oft kritisch geäußert, weil ich, und dazu stehe ich auch, ich habe mehrfach gesagt, ich finde, Eddie Hall hat nicht das Mindset eines Champions. Für ihn war der World's Strongest Man Titel nicht das Ziel, die Spitze des Sportes zu erreichen, sondern die Türen zu nutzen, die sich dadurch öffnen, um mit seinem Namen Geld zu machen. Das Recht dazu hat er. Das spreche ich ihm keineswegs ab. Und es ist wahrscheinlich auch die schlauere Variante. Aber ich bin halt bei so einem jungen Athleten traurig für den Sport, dass er nicht weitermacht und nicht sein Potenzial über Jahre mit dem Sport zu wachsen nutzt. Das ist meine Kritik. In ganz kurzer Form an ihm formuliert. World's Strongest Man 2017, Haftors Behauptung, er wurde beraubt, sehe ich definitiv nicht so. Ich bin der Meinung, Eddie ist mit seinen Wiederholungen, also es war ja so, Eddie war nach ihm dran. Hätte Haftor eine mehr gültig gekriegt, Eddie hätte eine mehr gemacht. Punkt. Wer sich das Video anguckt, es ging damals um die Viking Press. Viking Press ist eine Disziplin, bei der ihr im Prinzip ein Gewicht habt, was auf der einen Seite gelagert ist. Hier könnt ihr das jetzt sehen. Auf der anderen Seite sind Griffe mit dem Gewicht drauf und dann wird das Gewicht über Kopf gedrückt, aber halt sozusagen über den Winkel. Ich glaube Haft, ich weiß die Wiederholungszahl nicht. Haftor hat, ich sage jetzt mal 14 gemacht, Eddie hat 15 gemacht. Haftor wurde eine aberkannt, oder genau, Haftor hätte auch 15 gehabt, ihm wurde eine aberkannt. So, bei Punktegleichstand hätte er genug Punkte gehabt, um insgesamt zu gewinnen, aber Eddie hat nur die Wiederholungszahl gemacht und das hat man gesehen, es fiel ihm viel leichter damals als Haftor. Er hätte einfach eine mehr gemacht, bin ich mir sicher. Bin ich mir 100% sicher. Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich glaube, man könnte, wenn man dich so ein bisschen nebenher verfolgt, den Eindruck gewinnen, dass du so kontra Eddie Hall eingestellt bist. Aber gut, dass du es so klargestellt hast, dass es nicht so ist. Seine, also im Endeffekt hat sich ja alles, was jetzt auch abgelaufen ist, kommen wir zu dem World Record Versuch zum Deadlift, hat sich ja ganz klar herausgestellt, diese Antagonistik, die da aufgebaut wurde, ja, das war ja im Prinzip die Show, um den Preis für diesen Boxkampf hochzutreiben, der übrigens weder für den Strongman-Sport noch für den Boxsport eine Bereicherung ist, muss ich ganz klar sagen. Für die beiden Jungs ist es eine Bereicherung, aber damit schaffen sie einen Präzedenzfall, die sind Strongman, die sollen sich im Strongman-Zirkus battlen, die sollen sich da auf die Glocke geben, metaphorisch gesehen, die sollen nicht gegeneinander boxen, meine Fresse, jetzt machen sie es halt, kriegen ihre Millionen dafür, es ist ein siebenstelliger Betrag, das ist jetzt alles, was man weiß, eins, zwei, drei, vier, fünf Millionen, wer weiß es schon, ist mir auch egal, sie können das Geld haben, ich neide ihnen das nicht, ich gönne ihnen das, jeden Cent davon, aber es ist halt für den Fan des Strongman-Sports ist es halt so, ach Leute, das ist doch ein bisschen Blödsinn. Andererseits ist natürlich sowas auch immer ein bisschen unterhaltsam, ich glaube, die ursprüngliche Aussage von Eddie, die so klar ein bisschen respektlos war, dass er sagt hat, ich misstraue den Isländern grundsätzlich, das hat er schon mit einerseits unbedacht gesagt und andererseits aber auch in dem Moment so gemeint, wo ich so dachte, er gibt jetzt nicht so ganz Sinn, zumal niemand zum Beispiel auch von Eddie verlangt hat, seine Gewichtsscheiben, dass die gewogen sind, ne, also, in Leeds hat niemand damals die 500 Kilo nachgewogen und bei Haftor wurde das alles kalibriert nachgewogen und wer das anzweifelt, gut, wer jetzt sagt, Tetzel, das ist kein Weltrekord, denn es war nicht in einem Wettkampf, dann sage ich, gut, dann nennen wir es halt einfach nur den schwersten Conventional Deadlift aller Zeiten, du kannst dir jetzt überlegen, ob das dasselbe ist wie ein Weltrekord oder nicht oder meinetwegen nennst es inoffiziell einen Weltrekord, es ist halt der erste Mensch, der über 500 Go macht, Eddie war der erste, der 500 gehoben hat, wird ihm niemals jemand nehmen. Verkauft sich Eddie interessanter oftmals als Thor, definitiv, ich finde es aber toll, dass Haftor eben Athlet ist und eine Sache, die zum Beispiel oft in der Diskussion war, ja, und er hätte ja schon Zeit gehabt, den Rekord zu brechen, dies, das, jenes, das ist halt einfach nicht richtig gewesen, da habe ich ja auch was zu gesagt schon, Haftor hat immer gesagt, ich will Shows gewinnen, ich will Wettkämpfe gewinnen, mir ist der Weltrekord bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gelegenheit dafür ist, einfach egal. Und das hat er gezeigt und so hat er alles richtig gemacht, in meinen Augen. Er hat die Strongman-Shows gewonnen, ich meine, der Mann hat mit einer Plantarfaszien-Ruptur einen dritten oder vierten gemacht bei World Strongest Man, was zur Hölle, was ist das für ein Monster? Ich meine, er ist auch ein Monster und alles Strongman sind große, breite Jungs. Also wenn jetzt die meisten, die mich und Dennis Kohlroos nebeneinander oder auch Raphael Gozierlik, wir reden mal von den deutschen Leuten, treffen, die werden sagen, Alter, ihr seid voll die Tiere, sind wir wahrscheinlich auch für die meisten Leute. Aber wenn wir neben einem Brian Shaw oder einem Haftor stehen, sind wir auch nur kleine Jungs. Definitiv. Jetzt hat Haftor ja, wie du schon gesagt hast, vor etwas mehr als einer Woche die 501 Kilo gehoben und damit Eddie Hall um ein Kilo überboten. War dir schon vorher klar, dass er das packen würde? Also es war ja schon alles sehr medienträchtig aufgezogen. So ein Fail hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen oder können, habe ich so jetzt als Strongman-Laie mir da gedacht dabei. Ich sage mal so, ob er die Leistung an dem Tag bringt oder nicht, das stand nicht fest. Er hat die Vorbereitung sinnvoll gemacht. Wir wissen, dass er schon knapp 480 Kilo gehoben hatte, damals also mit der Elephant Bar. Wir wissen, dass er die 470 dann schnell gehoben hatte in der Vorbereitung. Ich tatsächlich, nachdem ich den Livestream gesehen habe, glaube, dass er nicht seinen besten Tag hatte an dem Tag, wo er die 501 gemacht hat. Und trotzdem hat er sie deutlich leichter gehoben als Eddie seine 500. War noch was mehr drin? Ja, waren 5,20 drin, zweiflich an dieser Stelle an. Hat er sich aber auch gespart, weil, wie er gesagt hat, wofür? Er hat den Weltrekord in dem Moment gehabt. Viele Leute kritisieren diesen 1-Kilo-Rekord. Jetzt vertüttelte ich mich in meinen Sätzen. Also erstmal, es war einfach unnütz, mehr zu machen. Erstmal, es war ja kein Wettkampf. Jeder dieser absolut Herkules-artigen Lifts birgt Risiko, birgt Verletzungsgefahr. 501 gehoben, danach dastehen, reden können, natürlich beansprucht, logischerweise, völlig ausreichend. Warum 505 oder 510 noch ziehen nur, um irgendwem zu zeigen, dass du es kannst und vielleicht eine Hamstring-Tear oder irgendwas, also eine Mein-Bizeps-Verletzung oder irgendwas riskieren noch. Damit hätte doch niemanden was, also hätte doch niemanden weitergeholfen. Sich selber auch nicht. Soviel erstmal dazu. So, jetzt muss ich nochmal kurz meinen Gedanken zurückfinden, wo ich gerade eben schon war. Ach ja, die Kritik an 1-Kilo-Erhöhungen. Ja, und was wollt ihr denn sonst erhöhen? Warum soll ich denn als Wettkämpfer mehr machen, als ich muss? Was ist denn an einem Kilo illegitim? Als der Weltrekord jetzt im Powerlifting von Larry Wheels verbessert wurde, das ist ein Pfund. Also, was soll das? Mehr ist mehr. Punkt. Wenn Usain Bolt 9,6 rennt und das nächste Mal rennt er 9,58, dann hat er einen Weltrekord. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wenn zwei Meter der, ich habe, das ist jetzt eine fiktive Zahl, zwei Meter der Hochsprung Weltrekord ist und ich springe zwei Meter eins, da habe ich einen Weltrekord. Und du musst aber mindestens zwei Meter fünf springen. Nee. Einen Scheiß muss ich. Es gibt eine Leistung, die Leistung wird überboten, dass das eine kleine Steigerung ist und jetzt kein riesig gigantischer Sprung. Das ist halt nun mal so. Dass Eddie damals diesen Riesensprung gemacht hat, war ja seine Entscheidung. Das hätte er nicht gemusst. Und die haben vorher das Spiel mit dem ein Kilo erhöhen ein paar Jahre lang getrieben, Benedikt Magnusson und er. Und das war auch okay, völlig legitim. Er hätte ja auch 501 heben können direkt. Er hätte auch machen können, genau. Oder er hätte auch 498 heben können. Nur so, um einen dicken Mittelfinger zu geben. Also im Endeffekt sind das halt so Diskussionen von Leuten, die glaube ich mit diesen Dimensionen von absoluter Maximalleistung nicht eines Menschen, sondern des menschlich zu diesem Zeitpunkt Möglichen gar nicht nachvollziehen können. Egal, ob das eben die 9, sonst was Sekunden laufen sind oder die Kniebeuge oder das Kreuzheben oder Bankdrücken oder sonst irgendwas. Und das sind halt Leute, die sind ja in ihrer eigenen Liga. Es gibt ja auch niemanden, die Leute können jetzt mit Ivan Makarov wiederkommen, Ivan Makarov ist krass, ob er den Weltrekord holt, werden wir sehen, muss er erstmal zeigen. Aber auch einen Julius Maddox zum Beispiel, jetzt beim Bankdrücken gerade. Wir hatten jahrelang, wir hatten Spotto, dann Kirill Sarichef. Maddox drückt in seiner eigenen Liga. Die allermeisten Bankdrücker, die wirklich krasse Bankdrücker sind, haben das Ziel, die 700 Pfund Marker, also die 320 Kilo mal zu drücken. Und das gibt es insgesamt ja nur fünf Leute, die das hier gemacht haben, glaube ich. Und Maddox ist auf dem Weg zu 800 Pfund, zu 360 Kilo plus 3,62 oder wie viel ist das? Hat jetzt, der Typ ist sowas von krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das sind ja keine Steigerungen, wie wenn du dich von 120 Kilo auf 150 Kilo im Bankdrücken steigerst. So. Wir reden ja hier, wie gesagt, nicht nur von dem individuell maximal möglichen, sondern von dem für die ganze Spezies maximal möglichen. Von 8 Milliarden. Verstehst du die ganze Debatte um die Frage, ob wir da jetzt einen offiziellen Weltrekord im Deadlift gesehen haben oder nicht? Wie ist deine Meinung dazu? Offiziell, inoffiziell? Ja, nein? Ja, wie ich es ein bisschen angedeutet habe, es ist scheißegal, ob der offiziell oder inoffiziell ist. Offiziell heißt ja im Endeffekt nur, dass er durch irgendeinen Verband anerkannt ist. So. Und es gibt einen Verband, der hat es anerkannt. Im World Ultimate Strongman ist das Ding anerkannt. Sagst du jetzt World Ultimate Strongman-Rekorde zählen nicht für dich, sondern die einzigen Rekorde, die für dich zählen, sind die, die bei Giants Live anerkannt sind oder beim World Strongest Man. Ja, dann ist das halt so. Dann kannst du halt auch sagen, IPF-Weltrekorde sind für mich nicht die Weltrekorde, sondern für mich zählen nur die Weltrekorde der WPC. Oder der, also es gibt, das sind jetzt für die vielleicht, die sich da nicht so mit beschäftigt haben und es gibt verschiedene Verbände, Powerlifting-Verbände, genau wie es auch verschiedene Bodybuilding-Verbände gibt. Und der Mr. Universe des NAC ist ja nicht gleichzeitig irgendwas in der IFBB. Also der kann wahrscheinlich noch nicht mal im NAC antreten, wenn er beim IFBB antritt, weil die da mit den Verbänden auch noch dann Schweinereien haben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, jetzt wieder Vereinsmeierei, da kommen wir nochmal ganz woanders hin. Also der Punkt ist ganz einfach. Diese Leistung, die gebraucht wurde, war die Spitzenleistung des menschlich Möglichen, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Für mich gibt es keinen anderen Begriff dafür als ein Weltrekord. Hat das im Gym gehoben, in seinem eigenen? Ja, macht es das schlechter? Ich denke nicht, denn wenn es doch so einfach wäre, bei sich zu Hause so viele, solche Leistungen zu bringen, ja warum macht es denn keiner? Also warum bringen die Leute denn ihre maximale Leistung auf den Wettkampf? Klar, sie pieken auf den Wettkampf hin, aber ein Wettkampf verursacht ja auch ganz andere Stimmungen, verursacht ja in eurem Körper, was da passiert, mit eurem Kopf, was da passiert, biochemisch was, da habt ihr Adrenalin, da habt ihr ein Publikum, da habt ihr einen Fight-or-Flight-Modus, da habt ihr eine ganz andere Situation in eurem Kopf, in eurem Körper. Da bringt ihr ganz andere Leistungen und darum macht keiner, keiner, es passiert natürlich auch mal, Weltrekorde im Gym. Wir hatten jetzt zum Beispiel irgendeinen, ich glaube es war ein Engländer, der hat den unter 80 Kilo Axel Weltrekord bei sich im Gym überboten. Ja gut Leute, da hat aber jetzt auch kein Hahn nachgekret, nicht weil es keine Leistung ist, sondern weil der Rekord noch auf einem Niveau war, wo eben klar war, da gibt es Menschen, die können den noch schlagen sozusagen, aber hier sind wir ja so weit weg von allem anderen. Überlegt euch mal, der Iron Outlaw, Jerry Pritchett, gilt auch als einer der stärksten Deadlifter der Welt, der hat jetzt glaube ich einen Double gehoben mit knapp 400, 405 Kilo. Dann haben wir Leute wie Rauno Heinler, Finne, hebt auch die 1000 Pfund, also 455. Und da kommen wir an die Grenze. Da kommt nichts mehr dazwischen. Das sind halt auf der Welt irgendwie so insgesamt 30 Leute, vielleicht 40, die 400 Kilo heben. Und dann gibt es halt zwei, die irgendwie, beziehungsweise drei, die über 460 gehoben haben, heben. Brian Shaw noch mitgerechnet an einer Excel, an einer Elephant Bar. Vier Leute. Also da wird das Eis ganz, ganz dünn. Das sind eben nicht die Leute, die unter 10 Sekunden laufen, vielleicht hat ich wieder das Beispiel, sondern unter 9,5. Gibt es das überhaupt? Ich kenne mich nicht aus. Aber ihr versteht direkt irgendwo dort. Oder unter 9,7 dann, also die nochmal wirklich diese Dreihundertstel, die schon sowas von knapp sind, noch abziehen. Und da wird das Eis wirklich ganz, ganz, ganz dünn. Also, nennt es wie ihr wollt, erkennt es an, als offiziell oder inoffiziell. Im Endeffekt ist mir das völlig egal. Du hast so einen sehr erfrischenden Gedanken gebracht, den ich jetzt so noch gar nicht in meinem Kopf hatte, nämlich, dass man bei einem Wettkampf, auch wenn der außerhalb des eigenen Landes stattfindet, so Parameter vorherrschen hat, wie Adrenalin, Publikum, alles, was dich so noch mehr pusht. Ich habe es bisher immer nur aus dem Blickwinkel gesehen, dass du halt einfach daheim dein eigenes Wohnzimmer sozusagen hast und da dann deutlich leistungsfähiger bist, weil du nicht fliegen musst, irgendwie keine Zeitverschiebung und so weiter und so fort, was ja auch mit reinspielt. aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich müsste daheim meinen Kreuzrewe-Rekord brechen, hätte ich glaube ich so meine Probleme, mich da drauf zu motivieren. Was würdest du jetzt am Ende sagen, wiegt mehr dieses eigene Wohnzimmer, dieser heimische Effekt oder dieser Adrenalin-Boost bei einem offiziellen Wettkampf? Wer hat nachher den größeren Vorteil oder ist es am Ende vielleicht einfach ausgeglichen, dass wir es jetzt so stehen lassen können, wie es einfach ist? Sehr komplex. da ganz speziell im Strongman die Bedingungen für die Top-Level-Wettkämpfe oft sehr, sehr schwierig für die Athleten sind. Das heißt, normalerweise finden Veranstaltungen wie der World's Strongest Man ja statt in Ländern, in denen es zum Beispiel übertrieben warm ist. Auf den Philippinen, in Botswana, irgendwo in Afrika generell. Und die Athleten haben da normalerweise sehr, sehr schwierige Witterungsbedingungen. Warum eigentlich? Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Es hat wahrscheinlich was mit den Produktionskosten zu tun. Ich weiß es wirklich nicht. Da müsste man Colin Bryce fragen. Ist ja echt voll abwegig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Und genau das ist aber auch der Grund, warum wir beim World's Strongest Man keine Weltrekorde sehen. Das ist sehr unüblich. So, jetzt muss man, ich finde bei der Deadlift-Debatte, speziell bei dieser Debatte, muss man halt dann gucken, wann und wo wurden die Rekorde auch, oder selbst wenn wir überhaupt über Strongman-Weltrekorde reden und unter welchen Bedingungen werden die meistens gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel Weltrekord gehabt im Sackhochwurf von Haftor bei den Arnold Classics Columbus, Ohio. Ich sag mal, vernünftiges Wetter, da wird es sicherlich warm gewesen sein. Die waren in einer Halle drinnen, in einer Messehalle, da wird es angenehm gewesen sein. Da hat der gute Tom Stoltman den Atlas-Stone-Weltrekord gemacht. Der letzte Locklift-Weltrekord war glaube ich in Ukraine oder in Litauen selber von Sidrunas. Also auch wieder, Witterungsbedingungen und Reisebedingungen nicht zu übertrieben. Der Deadlift-Weltrekord von Eddie war eine Stunde von seiner Bude entfernt. Anderthalb. Okay, geschenkt. Von Stock-on-Trent nach Leeds ist es nicht so weit. Eigene Deadlift-Plattform, eigene Stange. Die Pausen wurden auf Eddies Versuch ausgelegt. Die Gewichtssprünge wurden auf Eddies Versuch ausgelegt. Also man muss halt einfach hinterfragen, hatte es Haftor denn tatsächlich irgendwie besser als Eddie oder war es eigentlich die gleiche Situation? Und man kann an dieser Stelle sagen, nee, es war nicht die gleiche Situation. Eddie hatte 5000 Leute, die ihn angeschrien haben. Und wer keine Energie hat, kriegt dadurch, dass 5000 Leute einen anschreien, der ist kein Wettkampfsportler. Also es ist Genki-Dama-Freunde, meine Dragon-Ball-Freunde. Also das muss man ganz klar sagen. Und üblicherweise ist es natürlich so, dass auch ein Profisportler die Möglichkeit hat, zum Beispiel wegen des Jetlags meistens ein bisschen früher zu reisen, dann akklimatisieren die Leute sich erstmal. Aber trotzdem sind die Bedingungen gerade eben, wie gesagt, in Botswana oder ihr wisst, was ich meine, definitiv härter, was das angeht. Aber genau deswegen passieren da eben auch im Kraftsportbereich selten die Rekorde. Insofern war es, war dieser Heimvorteil relevant, aber bei der speziellen Situation und Disziplin, über die wir reden, war der Heimvorteil eben auch vorher da. Und wir hatten ja auch, da auch wieder, wenn wir jetzt auf die Geschichte des Deadlift-Rekords gucken, diese Situation ähnlich. Die Jahre davor hatten wir auch beim zum Beispiel Britain's Strongest Man und Europe's Strongest Man, dieses Deadlift-Maximalkraft-Tremor, also auch wieder europäische normale Wetter-Situation, normal, also für die europäischen Athleten logischerweise, weder zu kalt noch zu heiß, keine übertriebene drückende Hitze. Oder wir hatten die 4,62, meine ich, auch bei den Arnold's, wobei ich jetzt nicht beschwören möchte, dass es bei Colamos Ohio war, könnte es sogar auch Arnold's Australia gewesen sein, aber auch in der Messehalle, also nicht unter diesen freien Himmel, 50 Grad Bedingungen wie in Manila oder so. Genau, also was wiegt am Ende des Tages schwerer? Ich glaube, es muss unglaublich viel zusammenkommen, um in diesem Bereich eben eine Verbesserung zu schaffen. Also es reicht nicht nur einen guten Tag zu haben, sondern du brauchst eben auch das Publikum, auch das Gym, auch die richtige Vorbereitung. Es sind viele, viele Faktoren, die da zusammenkommen und darum, ich persönlich sehe es als Weltrekord. Also wie gesagt, ihr könnt das Ding auch Gäsekuchen nennen. Trotzdem war es der schwerste Deadlift aller Zeiten. Ne, dabei würde ich es auch belassen. Also ich würde auch sagen, am Ende hat er 501 Kilo gehoben, ob das jetzt bessere Voraussetzungen waren oder nicht. Die Last ist gehoben und fertig. Dann darf Eddie gerne das nächste Mal auch bei sich daheim im Wohnzimmer 502 Kilo heben und dann wird es auch anerkannt. Also meiner Meinung nach ist es einfach so. Wir haben ja den, das ist ja der, die Leute, das ist ganz wichtig noch dazu, vielleicht für die Leute, die das auch nicht verfolgt haben. Ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, weil ich ja einmal meinen Mund dazu aufgemacht habe und dann die Leute mich auch gefragt haben. Ist ja auch legitim, Tetzel, du hast was dazu gesagt, jetzt verfolgt das auch ein bisschen. Und viele haben so getan, als ob wir damit jetzt einen Präzedenzfall schaffen, der quasi dafür sorgt, dass jetzt aus jeder Ecke irgendwer ankommt und sagt, ich möchte meinen Heimweltrekord anerkannt haben. Warum das nicht so einfach ist, habe ich im Prinzip schon erläutert, weil egal wie stark du bist, die Situation bei dir zu Hause eben ohne wirklich einen Wettkampfgedanken dahinter dich zu verbessern und nicht nur dich zu verbessern, sondern auch eine Spitzenleistung zu verbessern, ist der Drive halt ein ganz anderer. Und viele haben dann so getan, dass wir schaffen damit einen Präzedenzfall und öffnen Pandoras Büchse. Ich weiß, ein Gartenhaus, was älter ist als Amerika. Nein, Spaß, jetzt mal ein bisschen Redneck-Bashing. Okay, Leute, Spaß beiseite. Nein, ernsthaft, ich habe kein Gartenhaus übrigens. Es ist halt einfach eine Sache, die zum Beispiel stattgefunden hat. Colin Bryce damals selber war anwesend, als Eddie seinen inoffiziellen Weltrekord mit seinem Silver-Dollar-Deadlift gemacht hat. Und im Endeffekt, für mich, also ist mir auch scheißegal, für mich war das der Silver-Dollar-Weltrekord. So, das war der schwerste, es war ein Strongman-Lift, Silver-Dollar-Weltrekord, für die das nicht wissen, wurde ursprünglich mit so zwei Kisten voller Münzgeld gemacht auf 18 Inches, also es ist deutlich erhöht, so knapp unterm Knie, könnt ihr euch das vorstellen. Und da hat er damals 5,35 gehoben. Als Gewicht waren damals diese Bücher, Strongman, seine Biografie, in diesen Kisten an der Seite. Das war halt der Silver-Dollar-Weltrekord. Da hat doch, da hat auch niemand gefragt, ist das jetzt der, und jetzt im Nachhinein, und Colin Bryce ist übrigens der Veranstalter von World's Strongest Man, der war extra da und hat das Ding legitimiert, hat gejudged. So, und jetzt im Nachhinein haben sie gesagt, ja, das war inoffiziell. Das war der Weltrekord, Punkt. Es war der schwerste Silver-Dollar-Deadlift bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt hat Bishop, wie heißt der mit Vornamen, ich meine die nur Bisch, also Bishop, hat Adam Bishop hat gerade den Silver-Dollar-Weltrekord bei sich zu Hause auf 5,45 verbessert. Jetzt wurde ganz klar, hat er ganz klar um diesem Shitstorm zu entgehen gesagt, nee, nee, war nur ein Trainingsding, ich mache das dann im Wettkampf und so, weil er sich dieser ganzen Situation nicht aussetzen wollte. Aber guckt mal, wo wir damit schon sind, was da jemand für eine Leistung bringt und sich schon im Vorhinein entschuldigt nach dem Motto, nee, nee, ihr müsst jetzt nicht denken, ich behaupte, dass es ein Weltrekord ist oder so. Bezichtig, also, wer maßt sich denn an, einen der stärksten Menschen der Welt des Betrugs zu bezichtigen? Ich meine, wir sind hier nicht bei Bradley Castleberry, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ihn übrigens getroffen auf der LF Hit Expo, habe ich das schon erzählt? Nein. Jetzt schweifen wir mal in die Anekdote ab. Ich bin zu Bradley Castleberry hin mit der Strength Wars Crew und habe ihn eingeladen zu Strength Wars und der Typ war völlig, kennt ihr noch, kennt noch jemand KLS? Ich glaube, KLS ist noch den meisten Begriff. Der war ja auch oft völlig drüber, also gar nicht negativ, aber man hat mit ihm gesprochen und er war so drüber mit dem Kopf und das ist genau so war Bradley Castleberry. Irgendwie fing er dann an und er so, bla 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 bla, no negativity, all I want to do is winning, winning like a rocket. Und ich so, what the fuck are you talking about? We invite you to Strength Wars. Aber er hat's, er trainiert auch mit niemanden, absolut, also keine Chance, dass er mit irgendeinem Influencer, Fitness, Content Creator in irgendeiner Form jemals trainiert, keine Chance. Ganz wichtiges Thema noch dazu und das habe ich auch mehrfach schon gesagt, aber ich möchte, dass auch hier unseren jungen Zuschauern, die vielleicht von Bradley Castleberry noch gar nichts gehört haben oder Zuhörern, nochmal sagen, er hat keine Fakeweights benutzt. Ihr müsst euch die Lifts mal angucken. Sein Max Deadlift sind sowas wie 300 Kilo auf 3, irgendwie sowas in dem Bereich. Sein Squat ähnlich, mit voll, mit üblem Spot. Wenn ihr euch den Typen anguckt, diese Gewichte sind absolut realistisch für den. Sein Bankdrücken ist ein ganz, ganz einfacher Trick. Das könnt ihr selber mal im Gym ausprobieren mit einem Kumpel, dem ihr vertraut, der ein bisschen Griffkraft hat. Der hat halt einfach einen Spotter, der von Anfang an volle Pulle zieht. Das habe ich, als ich ungefähr einen Max von 180 Bankdrücken hatte, habe ich das mal probiert mit 240 mit dem Kumpel. Er hat rausgehoben und einfach von Anfang an gezogen. Es war für uns beide, als ob wir nichts bewegt haben. Also der Spotter nimmt einfach von Anfang an so viel Gewicht ab, wie er kann und dann drückst du auch 300. Das ist kein Thema. Muss also gut abgestimmt sein, sagst du einfach, dass man es nicht so krass sieht, dass so kein Rucklein steht quasi. Ne, das funktioniert ganz einfach. Also das Gewicht geht ja mit der Schwerkraft trotzdem runter. Du darfst eben halt nicht in seine Linie greifen vom Drücken, sonst verletzt er sich potenziell. Und natürlich der Typ, also sind wir mal realistisch, der wird halt auch 200, 220 sicherlich drücken. Und dann sind 80 Kilo, die der Spotter eben abnimmt, ich sage jetzt mal 80 Kilo vorgebeugtes Rudern, sind halt dann auch nicht mehr die Welt für eine Wiederholung aus dem Rack. Und das ist schon realistisch. Interessant auf jeden Fall, dass du es mal so gesagt hast, weil ich glaube, ganz, ganz viele haben diesen Brad Castleberry als Faker auf dem Schirm, immer noch. Naja, gefakt hat er in dem Sinne ja schon. Ja, schon. Aber es sind keine Fake Waits, es klingen immer um Fake Waits. Ja, nee, das, also mag sogar sein, dass er das auch gemacht hat, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, weil so auf diese Art ist es eben ganz, ganz einfach. Also, ihr müsst jetzt keine, bitte benutzt nicht 300 Kilo, wenn ihr davon weit weg seid. Also, ich kann das machen mit 300 Kilo, ihr bitte, wenn ihr jetzt nicht gerade Leonidas seid, der zuhört, macht es nicht. Macht es vielleicht, wenn ihr 100 Kilo drückt, probiert mal einfach 140, 220er mehr und lasst einen Kumpel gleich mitziehen und ihr werdet das Gefühl haben, okay. Und das Ding ist, euer Kumpel wird noch nicht mal sagen, boah, ich habe übelst viel geholfen. Das Gefühl hat er gar nicht. Wenn ihr einfach gleichzeitig schiebt und zieht. Stell trotzdem bitte lieber links und rechts noch einen hin. Ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass nachher jemand einen Brustabriss hat. Genau, oder hier an der Seite noch Safeties und so. Immer Verantwortungsbewusstsein. Also, für euch selber vor allen Dingen. Aber es ist halt auch wieder, allein, dass man es sagen muss, oder? Guck mal. Man könnte jetzt natürlich auch ganz dreist einfach sagen, wisst ihr, wer zu doof ist dafür? Wer hat den Tod verdient? Nee, das sage ich jetzt nicht. Kleiner Spaß. Vielleicht noch ganz zum Schluss der offiziellen Fragen meinerseits. Wie weit kann man so einen Deadlift gewichtstechnisch noch ausbauen? Also, was denkst du, ab wann einfach mal für einen Mensch Schluss ist, das Gewicht immer weiter zu steigern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht, ich bin da überhaupt nicht prophetisch. Wir haben, wir haben ja jetzt die Situation, dass durch Social Media, durch YouTube, also ist natürlich ein soziales Netzwerk, aber durch dieses Darstellen von Kraft, von Fitness, von Sportlichkeit, die Menschen in den Bereich kommen, sich da auszuprobieren. Und wir haben ja jetzt unendlich viel mehr Nachwuchs, Talente, Leute, die kaum über Mitte, kaum Mitte 20 sind und schon in der Weltelite mitspielen. Vor zehn Jahren war der Weltrekord im Deadlift bei 400 Kilo. Ja, also beziehungsweise, wir hatten im Powerlifting Bereich schon vor knapp 20 Jahren, waren wir schon sehr nah an 400 Kilo dran, aber auch bei den Super Heavyweights. Also, und wir haben jetzt Leute wie den, oh mein Gott, polnischer Name, ganz schwer, Mr. Deadlift. Ihr findet ihn bei Instagram als Mr. Deadlift. Der wiegt 100 Kilo und hebt 400. Also wir sind mittlerweile in Bereichen, wer kann schon sagen, wo das noch hinführt. Sind die 500 die Grenze? Offensichtlich nicht. Es ging schon drüber genau. Also, kleiner Schritt, ich weiß. Ist Haftor damit am Ende? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn er sich darauf konzentrieren würde, ihr dürft nicht vergessen, der Typ ist ein Strongman. Das ist für ihn eine Disziplin, eine zentrale Disziplin, auf jeden Fall. Aber Deadlift ist ja nicht alles. Strongman ist Kraft 20 Kampf, Kraft, also das Besten zu vergleichen mit dem Allround-Sportler im Kraft 10 Kampf. Das heißt auch Atlas Stones, das heißt auch Locklift, das heißt auch der Squat ist natürlich wichtig, Laufdisziplinen sind wichtig, es ist Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefordert. Der Deadlift mit einer normalen Stange ist im Prinzip ja das Brot und Butter eines jeden Sportlers. Und wir haben jetzt, wie gesagt, viele, viele Menschen, die damit sich auseinandersetzen, die damit in Berührung kommen. Teilweise Menschen, die gar nicht wissen, dass sie Kraft haben. Unser Kameramann, der hat in seinem Leben noch nicht trainiert. Der hat genau dreimal Deadlift gemacht. Am ersten Mal hat er 180 gehoben, beim zweiten Mal hat er 200 gehoben. Ohne jemals trainiert zu haben. Jetzt wird der eine oder andere richtig, richtig, richtig weinen, weil das ist völlig krank. Ach ja, der drückt übrigens auch 100 auf der Bank. Und er sieht nicht nach Sport aus. Es ist ein bisschen gemein, weil für 100 auf der Bank musste sogar ich ein bisschen trainieren. Und da als schwerer Junge. Ja, also es ist Wahnsinn. Und der wiegt, was wiegt der? Marcel wiegt vielleicht 75 Kilo. Marcel Kübler heißt unser Kameramann. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und das ist, der kommt jetzt mit so einem Sport in Berührung. Und er hat natürlich eine andere Perspektive. Das ist auch so ein Thema, Leute. Vielleicht auch ganz spannend für alle von euch. Wenn ihr jemals in die Verlegenheit kommen solltet, der stärkste bei euch im Gym zu sein, rennt schreiend raus und sucht euch ganz schnell ein anderes Gym. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch für mich privat, in meiner Kraftentwicklung gewesen, dass ich früh mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Weil das hat die Perspektive geändert. Wenn ihr in einer normalen Ballerbude seid und ihr hebt 200 Kilo oder ihr beugt 200 Kilo, dann seid ihr ja schon der King. Aber da fangen die Übungen ja gerade erst an. Das heißt, es geht nicht ums Vergleichen, und nicht jetzt denken, oh, meine Leistungen sind scheiße, sondern sehen, was möglich ist. Und daran wachst ihr ja. Daran sich orientieren. Ich sage jetzt mal, diese Affinität dazu haben, auch die Nähe zu suchen. Das soll jetzt überhaupt nicht schleimerisch klingen. Ihr sollt euch nicht an die Leute anbiedern, aber ihr sollt halt schon schauen, was machen die. Die haben ja bestimmte Gewohnheiten, die ihnen ermöglicht haben, da hinzukommen. Und da kann man sich den einen oder anderen Kniff sicherlich abgucken. Sei es ein bisschen vernünftiger Ernährung, als ich heute eingangs erläutert habe, oder sei es die Trainingsroutine. Und dann kommt ihr, wenn das euer Ziel ist, das ist natürlich auch immer die Frage, was sind eure individuellen Ziele, dann kommt ihr und auch andere Leute, die noch jung sind, in Bereiche, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Wie gesagt, Bankdrücken, 700 Pfund, 320 Kilo, das war, ist eine absolute Spitzenleistung, ist es immer noch. Und wir haben einen einzigen im Moment, der spielt in der eigenen Liga. komplett alleine. Okay, ich halte fest, es ist ganz schwierig zu sagen, in welche Dimension man das irgendwann noch treiben kann, aber wir sind wahrscheinlich noch lange nicht am Limit. Genau, noch lange nicht am Limit. Es ist wirklich, so ist es. Lass uns in 20 Jahren nochmal reden und dann gucken wir hier zurück und sagen, Mensch, damals dachten wir, 500 ist krass. Heute gibt es 17-Jährige, die heben das. Weißt du so, wer weiß. Ob es so wird, weiß ich nicht. Aber die menschliche Leistungsfähigkeit hat natürlich Grenzen irgendwo. Aber wer sind wir, diese zu benennen? Es gibt Grenzen, die können wir bestimmen, zum Beispiel anhand von biomechanischen Sachen. Jetzt könnte irgendein sehr schlauer Typ mal hier den Freunden von, hier dem Phil von, wie heißt der YouTube-Kanal? Der Science, Because Science, könnte der schreiben. Und es gibt noch so einen anderen Kanal, da untersuchen sie zum Beispiel auch so Sachen, wo sie biomechanisch genau aufgezeigt haben, warum wir nicht 8 Sekunden rennen können auf 100 Meter. Warum das menschlich, also für den Menschen, so wie er jetzt ist, halt nicht möglich ist. Und alles solche Sachen. Es gibt bestimmt Grenzen, aber es gibt die immer meistens so lange, bis irgendwer zeigt, dass es dann doch geht. Also die 8 Sekunden, dass die vielleicht nicht erreichbar sind, okay, das haben die genau aufgezeigt, mag sein. Aber sind 530 die Grenze, 550 sind 600 die Grenze. Wann ist ein Muskel zu stark für den Knochen? Das kommt dann, da kommt ja auch dann die Frage, wann ist vielleicht unmöglich, dass irgendeine Sehne das noch aushält. Gibt es dann doch wieder einen Mutanten, dessen Sehnen so stark sind, dass es aushalten? All diese Sachen kann ich nicht beantworten. Halten wir so fest. Punkt. Wir unterhalten uns dann in 20 Jahren im Organicus Podcast darüber. Ist ein Deal. VR-mäßig mit Publikum. Da sitzt man in so einer Riesen-Arena und um uns drumherum gucken alle zu. Ganz genau. So, dann würde ich sagen, wir schließen die Folge gebührend ab und zwar mit den Zuschauerfragen. Sehr gerne. Ich habe fünf Fragen rausgesucht und stelle die 1 zu 1 so, wie ich sie bekommen habe. Du darfst dann so knapp oder so ausführlich darauf antworten, wie du lustig bist. Alles klar. Ready? Na klar. Frage Nummer 1. Sehr gut übrigens. Habe ich mir fast gedacht, dass sowas kommen wird. Würdest du deine Haare beispielsweise für Geld abschneiden lassen? Ja, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Habe ich drüber nachgedacht. Schon vor langer, langer Zeit. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so spektakulär, weil durch den ganzen Stress, durch die Verletzungen, durch das ganze emotionale Hoch und Tief habe ich ja letztes Jahr wahnsinnig viel Haare verloren. Die Leute haben das mittlerweile schon gemerkt. Tätsel, deine Haare sind dünn geworden. Ja, das ist Fakt. Und es schmerzt mich mehr als euch, glaubt mir. Ich habe früher mal aus Spaß gesagt, da hatten wir noch andere Zinssätze. Habe ich mal so durchgerechnet. Wenn ich vier Millionen Euro kriegen würde, dann würde ich es machen. Denn dann könnte ich das so anlegen, dass ich von den Zinsen den Rest meines Lebens leben kann. Okay, krass. Und zwar sehr gut leben kann. Das hatte ich mir damals mal ausgerechnet. So inklusive allem, was man so braucht. Haus, Auto, Tonstudio, Fitnessstudio. Okay, dann bleibt so und so viel übrig. 1,75 Prozent, festverzinst mit der Ausschüttung und so. Hatte ich alles ausgerechnet. Aber es muss nicht mal Geld geboten werden, dass du es machst. Machst du es vielleicht irgendwann einfach auch so? Nee, nee. Also ich kann mir tatsächlich jetzt nicht vorstellen, dass ich es mal einfach so aus der Laune oder so würde ich es jetzt nicht machen. Ich meine, wie gesagt, sie werden jetzt dünner. Ich hoffe, sie wachsen nochmal nach. Man sieht es halt da oben. Ich habe ja jetzt hier immer diese lustigen Stieze, die so nach dem Motto ein halbes Jahr nachgewachsen sind, wo es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. Hoffen wir mal, dass nochmal ein bisschen was nachkommt. Und vielleicht sitze ich sonst irgendwann auch mal mit der Glatze da. Ich hoffe es allerdings nicht. Also jetzt nichts gegen deine Glatze. Das kann es mir für mich auch nicht so vorstellen. Da hat jeder so seine Präferenzen. Ist bei mir übrigens auch nicht, weil mir keine Haare wachsen, sondern einfach aus Einfachheitsgründen. Wobei, wenn man so lange Haare hat wie du, ist es auch gar nicht schwierig. Ja, zopferlich. Ich stelle die Frage mal so, wie sie gekommen ist, obwohl wir jetzt auch schon deine Geschichte ein bisschen Revue passieren lassen haben. Wärst du auch im Strongman-Bereich gelandet, wenn du nie Interesse für Bodybuilding entwickelt hättest? Ja, wahrscheinlich schon. Hatten wir ja jetzt so. Wobei natürlich das überhaupt, diesen Anstoß an den Sport habe ich ja aus, in dem Sinne, eher Bodybuilding-Anlass gehabt, weil mein Kumpel sozusagen mehr Bodybuilding gemacht hat. Aber dann war sozusagen der Funke für Kraftsport schon geweckt. Hätte ich quasi ihn nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen. Also mein Kumpel Sebastian, der mich damals dazu gebracht hat, war der Funke quasi, definitiv. Dritte Frage. Was war dein Traumberuf in der Kindheit mit Begründung und wie weit sind Wunsch und Realität heute voneinander entfernt? Also ich fange mal andersrum an. Die Wunsch und Realität sind unglaublich weit voneinander entfernt. Und mein Traumberuf war Archäologe beziehungsweise Paläontologe tatsächlich. Ja, wie wahrscheinlich viele, viele Kinder. Ich war begeistert und fasziniert von Dinosauriern und auch durchaus immer schon von alter Geschichte. Also so in Ägypten irgendwo Ausgrabungen machen oder entsprechend irgendwelche Dinosaurierknochen ausbuddeln. Das war für mich die schönste Vorstellung und dafür auch noch Geld bekommen. Meine Güte. Großartig. Ja, wie gesagt, ist sehr, sehr weit weg von meiner Realität. Hast du das heute immer noch, das Interesse? Ja, entfernt. Man guckt sich immer schon noch mal gerne eine Doku an über verschiedene Themen und so. Aber ja. Ach so, das ist natürlich jetzt wieder das. Jetzt kommt der Running Gag. Ich werde täglich übrigens gefragt, was ich für einen Beruf habe. Und ich habe die Leute irgendwann, weil mir das dann auf den Keks ging. Und ich habe es tausendmal gesagt, was ich so mache. Und dann habe ich irgendwann nur noch Blödsinn erzählt. Und leider nehmen das immer wieder viele Leute für bare Münze. Und dann habe ich zum Beispiel wochenlang Nachrichten bekommen, weil ich mal gesagt habe, ich bin Kampfpilot. In welcher Einheit und so. Ich glaube, du kannst den Leuten alles erzählen, wenn du nur ernst genug dabei bleibst. Also, hier nochmal im Gannikus Podcast ganz am Ende, da so lange guckt keiner oder hört keiner zu. Das ist gut. Also, ich mache Social Media Management und ich mache, ich bin Hörbuchstimme. Jetzt seit Neuem. Tatsächlich? Das ist jetzt kein Witz. Nein, das ist jetzt ernsthaft. Ich weiß nicht, nachher sage ich, der Tetzel hat mir erzählt, der ist Hörbuch-Sprechstimme und dann machen sich die Leute über mich lustig. Und ein Teil meiner, und das ist natürlich auch, ist ja offensichtlich ein Teil meiner Unterkünfte, Unterkünfte, meiner Einkünfte kommen natürlich durch YouTube und Werbung und Sponsorings zusammen. Ich bin so Halbprofi-Athlet, könnte man sagen. Darf man sagen, welches Hörbuch du gesprochen hast? Die sind leider alle noch nicht veröffentlicht. Okay. Ich bin jetzt beim vierten Hörbuch und sobald was veröffentlicht ist, gebe ich auf jeden Fall Rückmeldung. Also es sind drei, die ersten drei Bände waren Kurzgeschichtenbände mit Horror-Kurzgeschichten und jetzt arbeite ich gerade an einem neuen Abenteuer von Sherlock Holmes. Ah, interessant. Größere Herausforderung. Ich bin gespannt, ich höre mir das an, kannst du mir gerne Bescheid geben. Mache ich auf jeden Fall. Frage Nummer vier, auch interessant. Wie pflegst du deinen Bart? Auch unspektakulär. Der wird beim Duschen mitgewaschen und dann kommt mal ein bisschen Öl drauf und das war's. Und schneiden tue ich ihn selber. Ich bin da sehr eitel. Ich laufe dann lieber drei Wochen als Waldschratt rum, als irgendjemanden, den selber schneiden zu lassen. Und dann, das war's eigentlich. Das ist echt eine spannende Frage vielleicht, aber nicht spannend beantwortbar. Gar kein besonderes Bartpflegeölprodukt oder irgendwie sowas. Kokosöl. Nee, ich hab so ein paar verschiedene Bartöle so, aber da nimmt man halt mal was, was so gerade gut riecht. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Kopfhaut und auch mit dem Bart zwischenzeitlich, hatte ich ja gesagt, und Haarausfall und allen möglichen Scheiß. Im Bart war's tatsächlich nicht so. Hatte dann Schuppen bekommen, dann hab ich vom Kumpel einen Tipp bekommen, hab das auch weggekriegt, ganz gut, zum Glück. Und ja, ansonsten, wie gesagt, waschen. Sag mal, womit du das wegbekommen hast, die Schuppenproblematik. Ich glaub, das haben viele. Muss ich mal nachgucken, wie hieß das denn? Warte. Das war tatsächlich so ein Shampoo aus der Apotheke. Ich wette nämlich, da werden viele sich jetzt innerlich fragen, sich nicht trauen, in die Kommentare zu schreiben, aber das sind immer solche Alltagstipps. Ich kann da ein Lied von singen. Das ist, glaube ich, gar nicht uninteressant. Ja, Moment. Ich hatte das, ich such's gerade hier. Ich hab's ja irgendwo bei WhatsApp hatte ich das im Kumpel gesehen. Alles live, uncut und raw. Yeah. Hatte ich's ihm weitergeleitet. Hier ist es. Ketozolin heißt es. Ketozolin tatsächlich. Das ist so, also der Kumpel hatte das vermutet, das könnte halt so ein Pilzbefall sein, quasi an der Kopfhaut. Das bekommt man nicht, weil man sich die Haare nicht wäscht, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist, wenn man mal ein bisschen geschwächtes Immunsystem hatte, dann kann man sowas kriegen und dann kriegt man das halt unter Umständen nicht so einfach wieder weg. Und dann hab ich drei Anwendungen und dann war's weg. und vorher jahrelang mit Schuppenshampoo die Haare gewaschen und dachte, wow, wird das nicht besser. Also jahrelang, lange, lange Zeit. Ja, genau. Hatte immer so trockene Stellen auch, speziell hinten am Kopf. Also Ketozolin, falls ihr Schuppenprobleme habt, die ihr lange, lange nicht in den Griff bekommen habt. Könnt ihr mal ausprobieren. Kann ich bestätigen. Gibt's als Shampoo und als Creme. Ich hab beides schon daheim gehabt und hat mir auch sehr geholfen. Ich hab ja kurze Haare oder eigentlich gar keine Haare und trotzdem immer mal wieder so rote Stellen und Hautabschwungen gehabt, die eigentlich nicht zu erklären waren, ging damit tatsächlich weg. Sehr gut. Frage Nummer fünf und damit auch die letzte Frage. Nochmal ein bisschen sportlich. Kannst du dir vorstellen, dass es der Strongman-Sport irgendwann zu den Olympischen Spielen schafft? Im Gegensatz zum Bodybuilding ist es Mainstream-tauglicher und man könnte es aufziehen wie eine Art Zehnkampf unter starken Männern oder Frauen. Speziell für Olympia halte ich es als sehr unwahrscheinlich. Aus verschiedenen Gründen. Also erstmal müsste man dann ein sehr klar umrissenes Feld von Disziplinen haben. Also es müsste quasi dann der Kraft-X-Kampf sein zum Beispiel. Und dann müsste sehr, sehr viel unglaublich standardisiert werden. Daher denke ich, ist es unwahrscheinlich. Noch dazu kommt, dass bestimmte Regeln ein bisschen unklar sind. Beziehungsweise nicht unklar, sie sind klar in dem Moment, aber sie sind von Verband zu Verband unterschiedlich. Es gibt, wie gesagt, die Giants Life, es gibt die Landesverbände, es gibt die IFSA, die International Federation of Strength Athletes, zu der auch die GFSA gehört. Es gibt die SCL, die Strongman Champions League, World Strongest Man, die World Ultimate Strongman, nur um so ein paar zu nennen. Und dasselbe Problem haben wir da in dem Sinne wie im Powerlifting. Was ist gestattet? Darfst du Knee Sleeves benutzen? Darfst du Elbow Sleeves benutzen? Darfst du Elbow Sleeve an beiden Armen benutzen? Welche Härte dürfen deine Handgelenksbandagen haben? All diese Sachen sind so Verband-Spezifiken, die eben nicht so einfach wegzudiskutieren sind und wo sich speziell das Olympische Komitee nicht so darauf einlässt. Powerlifting möchte gerne Olympisch sein. Powerlifting nochmal auch für die gibt immer wieder jemand, der fragt. Das ist Kraft Dreikampf. Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Und selbst da sind wir mit dem größten Verband, mit der IPF, quasi auch der getestete Verband, davon muss man auch ganz klar dazu sagen, sind wir immer noch weit davon entfernt, so klar definierte, einheitliche Regeln zu haben über die Wettkämpfe, dass es eben funktioniert olympisch. Also es wäre eine coole Sache, aber im Endeffekt ist es ja so, die Aufmerksamkeit, die die Olympiade, nicht die Olympiade, sondern die olympischen Spiele bekommen, ist sehr groß, alle vier Jahre. Die einzelnen Strongman Events sind, wie du schon sagst, sind tauglich, es ist unterhaltsam, es ist unendlich viel unterhaltsamer als eine Bodybuilding Show. Bodybuilding Shows sind das Langweiligste, was es gibt. Und das sage ich auch, ich war dabei. Ich weiß, für den Teilnehmer ist es langweilig, weil du wartest, bis du endlich dran bist. Fürs Publikum ist es langweilig, weil du willst halt bestimmten Athleten sehen oder dann entsprechend vielleicht bei den Profis die größte Klasse und die willst du dir dann angucken. Und du willst nicht 14 Bikini-Klassen, 23 Men's Physik-Klassen und 12, 13 andere sehen, wo du niemanden kennst. Das ist, das meine ich auch, wie gesagt, nicht respektlos gegenüber den Athleten. Das ist einfach, der Sport als Bewertungssport ist halt nicht als Publikumssport spannend. Fakt. Jetzt kommt natürlich bestimmt einer und sagt, Tetzel, das ist Schwachsinn, natürlich, das ist das Spannendste, was es gibt für mich. Okay. Mag sein. Für die meisten Menschen ist es weniger spannend und so ein kompetitiver Sport, wo halt Action ist, ist natürlich cooler und ich glaube, der Sport tritt ja gerade auch durch, natürlich Haftor, der halt als Schauspieler größer ist oder war als der Strongman-Sport. Nur mehr ins Licht der Öffentlichkeit und das freut mich, das freut mich natürlich, weil das bringt Interesse, Interesse bringt Sponsoren, Sponsoren bringen Geld in einen Sport und damit geht es mir nicht um meinen persönlichen Gewinn, sondern um den Gewinn für den Sport, weil, sind wir mal ganz ehrlich, selbst wenn ich mal stärkster Mann Deutschlands werde, was natürlich irgendwo mein Ziel ist, dann bin ich noch, dann ist noch lange nicht gesagt, dass ich international irgendwas reißen kann. Sagen wir es mal. Also unser aktueller stärkster Mann Deutschlands, der hat international zwar schon den Zeh ins Wasser gehalten, aber leider noch nicht die Leistungen bringen können, die ihm da einen großen Namen eingebracht hätten. Dennis Kulbrus hatte schon einen respektablen Platz sechs bei der Strongman-Champions-League. Damals hat Patrick Baboumian das ein oder andere auch internationalen Büsche mitgemacht, aber konnte auch nicht ganz oben mithalten von Timo Rüdiger, von von Daniel Wild und den anderen brauchen wir gar nicht reden. Da war noch der einen habe ich gerade vergessen, der war auch dreimal beim Qualifier von World's Strongest Man. Trimpel, Florian Trimpel kennt keine Sau. Sind wir mal ehrlich. Ich nicht. Ja, sind deutsche Top-Strongmen und das ist genau der Punkt. Ich zähle euch jetzt hier Namen auf, die kenne ich auch nur, weil ich deutscher Strongman bin und mich mit der Geschichte des Strongman-Sports in Deutschland auch dafür interessiere und auseinandersetze. Aber die haben halt noch keinen Blumentopf gewonnen und das ist halt schade. Wollen wir da irgendwann mal hinkommen? Natürlich. Und gerade auch Dennis Kulrus und ich arbeiten natürlich dran und auch mit God's Rage, dass in Deutschland der Strongman-Sport wächst und wir finden immer mehr junge Nachwuchsathleten, die Spaß dran haben, denn, und das muss man ganz klar sagen, da ist auch so fast schon ein schönes Abschlussplädoyer, es ist halt Sport und Fitness und Kraftsport ist halt mehr als ein Beachbody und das sehen immer mehr Leute. Natürlich folgt eure Form, eure Funktion und ich glaube, keiner wird, der mich heute sieht als nicht-Ripton-Sportler, wird mich nicht für sportlich halten. Also versteht ihr, was ich meine? Mit 136 Kilo und definitiv nicht der Form von einem Morgenärster, sondern halt mit einer ganzen Menge auch Körperfett. aber trotzdem glaube ich, kann man mir ansehen, dass ich eine Menge Sport mache, eine Menge Gewicht vor mir herbewege und dann ist ja immer die Frage natürlich, wo liegt für einen individuell der Schwerpunkt? Nochmal gesagt, ein sportlich, optisch auch sozusagen definierten, ich nenne es mal ganz diffus definierten Körper, was auch immer das für dich dann heißt, mit ein bisschen sichtbaren Bauchmuskeln zu haben und so, ist total cool und auch völlig ausreichend für den einen oder anderen. Für den Ambitionierten reicht es vielleicht irgendwann nicht mehr aus und dann möchte man mehr und dann geht man vielleicht in die eine oder andere Richtung und wie gesagt, viele junge Leute merken gerade, ja, Kraftsport heißt halt nicht nur, der Hübscheste zu sein, sondern es heißt halt eben auch manchmal einfach zu fressen und stark zu sein und man schiebt mal auch mal eine Plauze vor sich her. Haben ja sogar früher viele Bodybuilder gemacht. Das ist tatsächlich ein netter Schlussteil. Ich habe nämlich für heute keine Fragen mehr an dich. Gibt es noch etwas, was dir sonst auf dem Herzen liegt? Ansonsten ist das zumindest jetzt der Zeitpunkt, an dem du gerne deine Social Media Profile etwas pushen darfst. Ja, für alle, die so weit gekommen sind, mir tatsächlich ist mir irgendwas entfallen. Ich hatte zwischendurch nochmal einen sehr spannenden Gedanken, also den ich spannend gefunden hätte mit euch zu teilen. Leider sind wir gerade davon gehuscht. Den nehmen wir auch für die zweite. In 20 Jahren. Genau. Genau. Also, ihr findet mich überall als Halbgottsschmiede. Oh ja, vielleicht mal noch dazu. Schnell drei Worte. Warum Halbgottsschmiede? Die Leute kommen dann, das ist so ein arroganter Fatzke, der nennt sich Halbgott. Nein, ich nenne mich nicht Halbgott, sondern das Ziel ist es, wie ein Herakles übermenschliche Aufgaben vollbringen zu können oder eben auch gewisse Ästhetik zu haben, wie die Griechen und die Römer ihre Götter in Stein gemeißelt haben. Darum Halbgottsschmiede. Nicht, weil ich der Meinung bin, ich bin da schon, sondern weil das das Ziel ist, liebe Freunde. Also ein bisschen natürlich polemisiert, ein bisschen pathetisch, meine Freunde. Oder mit Pathos beladen, pathetisch, nicht ganz, aber mit Pathos beladen. Gut. Und überall, ihr findet mich da, bei Twitch, ihr findet mich bei YouTube, ihr findet mich bei Instagram, überall als Halbgottsschmiede. Und jetzt fragt sich einer, warum nenne ich einfach als Tetzel? Das ist eine gute Frage heutzutage. Bei Instagram hat jemand den Namen schon. Ist halt so und ich freue mich, wenn ihr mich da besuchen kommt und vielleicht mal reinschaut. Ich mache Videos, ich mache übrigens auch Musik und das möchte ich natürlich an dieser Stelle auch noch erwähnen mit der Band Asenblut. Wir machen modernen Melodic Death Metal, Viking Metal, ähnlich wie Amona Marth, falls das dem ein oder anderen was sagt. Und das sind eigentlich erstmal so die Sachen dazu. Habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Ich glaube nicht. Ja, Freunde, dann besucht den jungen Mann doch auf den Social Media Profilen, und dir auf jeden Fall danke für die ausleitenden Worte und danke natürlich auch für das nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich als Gast gehabt zu haben. Ja, mich auf jeden Fall auch. War ein ganz spannendes Gespräch. Schöne Fragen, auch schöne Fragen natürlich von unseren Zuschauern. Freut mich sehr, dass da doch ein bisschen Interesse da ist. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf Strongman-Content habt, auch auf Powerlifting-Content, dann schaut gerne mal rein. Und wenn ihr Fragen habt, dann bin ich natürlich auch immer am Start. seid mir nicht böse, wenn ich nicht mal alles sofort beantworte. Das ist auch immer so ein Thema. Denken die Leute, warum antwortet ihr mir denn nicht? Ja, man kriegt halt doch die ein oder andere Nachricht. Aber wenn es eine gut formulierte Frage ist, dann versuche ich natürlich auch durchaus darauf einzugehen. Ach so, und fragt nicht, ob ihr fragen dürft. Ganz wichtig. Das war dann immer schon die erste Frage. Genau. Okay, ja, dann Danny, vielen, vielen Dank fürs Interview, fürs Gespräch, viel mehr. Und hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne war es das für diese Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.